Also ich habe mir zwar vorgenommen, hier nichts zu erzählen, was zu Shitstorm führen kann, aber ich kann ja wenigstens eine kleine Ausnahme machen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch ein bisschen mehr über meinen heutigen Gast erzähle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Clark ist euer zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, egal welche eurer Versicherung betroffen ist. Und wenn ich an Schadensmeldung und Versicherung denke, dann denke ich an das teuerste Festival meines Lebens. Ich musste nachts ein Auto sehr kompliziert ausparken und nachts auf dem Festival ausparken. Das ist ein bisschen kompliziert. Es ist dunkel, es blitzt aber sozusagen von den Bühnenlichtern, es ist laut. Vielleicht war da auch ein bisschen Matsch im Spiel. Und da war dann auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Schaden im Spiel. Und das mit den Versicherungen, das hat damals überhaupt nicht geklappt. Mit Clark, da bin ich mir sicher, wäre das besser gelaufen. Und durch die Schadensmeldung über die App wäre es nämlich einfacher gegangen. Einfach anrufen oder den Schaden abfotografieren und in der App melden. Und Clark kümmert sich um die Abwicklung mit eurem Versicherer. Clark gibt allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie Zalando oder iTunes. Einfach wie Clark App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de, Clark.at für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode MATZ eingeben. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Falls ihr im Sommer auf Festivals geht, ich empfehle euch die Clark App. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jean-Rémy von MATZ. Jean-Rémy von MATZ zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Werbern Deutschlands. Seine Agentur Jung von MATZ hat er 1991 zusammen mit Holger Jung gegründet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest meine Generation ihres Slogans Mein Haus, Mein Auto, Mein Boot, Geiz ist geil, 321 Mainz oder Bild dir deine Meinung kennt. Die Kampagnen von Jung von MATZ waren und sind so auffällig, dass sie zu den größten Agenturen Europas gewachsen sind. Und das ganz unabhängig. Über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten inzwischen dort. Jean-Rémy ist seit ein paar Jahren in Rente. In diesem Jahr wird er 70 Jahre alt. Aber alterszufrieden ist er nicht. Und genau darüber haben wir gesprochen. Über seine Unzufriedenheit. Und ich habe mich gefragt, woher sie kommt. Und ihn das auch gefragt. Wir sprechen über seine Jugend. Seine mäßige Schulzeit. Seinen Drang, alles zu optimieren. Es geht um den Mut in der Kreativität und seine Lust zur Selbstdarstellung. Ich wollte wissen, welche Rolle Nachhaltigkeit in der Werbebranche spielt. Und ob Jean-Rémy diesbezüglich so etwas wie ein schlechtes Gewissen kennt. Und wie er über die Veränderung der Branche und der Arbeitswelt nachdenkt. Er hat mir auch erzählt, woran er erkannt hat, dass er aufhören muss. Und woran er jetzt arbeitet. Wir sprechen über sein durchlöchertes Shirt, das er während der Aufnahme getragen hat. Den Luxus von Shitstorms. Und die Notwendigkeit einer Deadline. Ich habe auf jeden Fall ein paar neue Blickwinkel von Jean-Rémy gezeigt bekommen. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jean-Rémy von Mathe. Ich habe hier zunächst abgesagt, weil ich mir das Format erst gar nicht zugetraut habe. Weil ich bin ja kein spontaner Mensch. Sondern ich bin jemand, der gern schreibt. Aber nicht gern redet. Und noch schlimmer ist, ich höre mich nicht gern reden. Also es ist für mich immer schrecklich, wenn ich zuhören muss, weil ich so stackelig rede. Und eigentlich eben zu langsam und mitten im Satz immer versuche, den Satzbau nochmal zu optimieren. Was natürlich nie schön klingt. Aber jetzt kam noch dazu, nee, dann habe ich einen Podcast gemacht zum schlimmsten Thema, was man sich vorstellen kann. Den habe ich nur gemacht, weil Ronja von Rönne den gemacht hat. Ja. Kennst du, oder? Ich kenne Ronja von Rönne, war auch mein erster Gast hier in Hotel Matze. Ach nee, siehste. Und zu welchem Thema? Meine erste Million. Ah, wie gut das Thema. Wie schade, dass ich es nicht gehört habe. Nee, ja, das Thema wurde nur gestreift, glücklicherweise. Aber ich wollte unbedingt Ronja kennenlernen, weil wir hatten mal Werbung mit ihr gemacht und ich fand sie großartig. Und darum habe ich diesen Podcast gemacht und erlebt, dass das gar nicht so schlimm ist, also dass ich da gar nicht so leide, sondern in so einer vertrauten Situation komme ich zurecht. Inzwischen habe ich aber zu viele gemacht und stelle mir die Frage, welche Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Also ich denke, Mensch, ich kann mir ja nicht wiederholen und jedes Mal das Gleiche erzählen und für heute hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mit einer Schlafmaske hier anzukommen, um irgendeine Veränderung zu bewirken. Weißt du, damit ich irgendwie eine neue Situation habe, dass es dunkel ist und vielleicht fällt mir dann was anderes ein. Ich habe dann aber keine gefunden. Jetzt bin ich ohne Schlafmaske hier und wir versuchen jetzt, dass es trotzdem gut geht. Wir gucken mal und wir können ja am Ende sozusagen so ein Recap machen. Du kannst ja sagen, war da zumindest was Neues dabei oder hast du dich wiederholt? Ja, ja, gerne. Oder du kannst auch gerne sagen, das habe ich schon fünfmal erzählt, lass mich mit der Frage in Ruhe. Das ist auch total in Ordnung. Also alles, was ich bisher erzählt habe, habe ich noch nie erzählt. Also das bis jetzt hierhin? Bis jetzt ist gut. Bis jetzt ist gut. Du hast mir in deiner allerersten E-Mail zurückgeschrieben, da habe ich dich angefragt, ob wir einen Podcast machen wollen. Und dann, nee, in der zweiten E-Mail hast du es dann geschrieben, hast du geschrieben, du bist bekannt dafür, dass du deine Meinung auch änderst. Also ich sollte ruhig nochmal fragen. Okay, siehste. Und ich habe mich gefragt, jetzt hast du ja die Meinung geändert oder so bist hier, aber bestimmt gab es noch andere Meinungsänderungen in deinem Leben. Wann hast du zuletzt deine Meinung geändert über etwas? Naja, also ich bin ein begeisterter Optimierer und eben auch im Beruf, was natürlich sehr anstrengend ist. Also ich versuche immer, einen Status zu hinterfragen. Ein Plan A ist für mich immer eine Aufforderung, einen noch besseren Plan B zu entwickeln. Das heißt also, wenn ich mit irgendetwas nicht durchkomme, dann habe ich immer irgendwie Spaß, denke ich, jetzt suchst du einen Plan B, der noch besser ist als der Plan A. Und sprich, ich bin jemand, der sich schon immer wieder hinterfragt und die eigenen Ideen und alles Mögliche hinterfragt. Und das führt natürlich zu Meinungsänderungen ohne Ende. Und das macht es anstrengend, mit mir zu arbeiten, weil also dieser berühmte Adenauer-Satz, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das lebe ich schon sehr stark und auch einigermaßen ungehemmt. Also ich fühle mich dann nicht unter Rechtfertigungsdruck, wenn ich eine Sache, die ich gestern gut fand, am nächsten Tag nur noch mittelgut oder halbgut finde. Das ist einfach so und damit komme ich zurecht. Du fragst nach konkreten Meinungen, die ich geändert habe. Fällt mir jetzt gar nichts ein. Also klar, die, über die wir gesprochen haben, dass ich jetzt zu deinem Podcast komme, aber wahrscheinlich sind es so viele, dass sie mir im Moment gar nicht einfallen. Und ist das schon immer so gewesen, dass du diese Heute-Hü-Morgen-Hott, könnte man ja auch böse sagen, hattest du das schon immer oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast, was dir auch möglich ist, weil du Jean-Rémy von Matt bist, weil du ein privilegierter weißer Mann bist? Also ist das, oder ist das mitgeliefert? Also diese Meinungsänderungen, die basieren auf einem großen, stabilen Plan. Das heißt, ich bin nicht jemand, der in seinem Leben, die großen Entscheidungen des Lebens, die habe ich nicht ständig umgeworfen, sondern ganz im Gegenteil. Meine Karriere ist ja an Langweile fast nicht zu übertreffen, weil die war ja wie eine lange Linie ohne Abweichungen, ohne Aufregungen, ohne Ausstiegsgedanken, sondern und zwar ganz harmonisch, also fast linear ging die von, auch finanziell. Also mein erstes Gehalt war 1700 DM brutto, das waren dann 1200 DM netto und dann ging es weiter und wurde immer etwas mehr. Aber also wenn du dir meine Karriere anguckst, das ist eine gerade Linie bis zur Rente. Das heißt… Du bist kein Job-Hopper. Nee, keineswegs und auch nicht jemand, der jetzt ständig wieder was Neues wollte oder irgendwie an sein persönliches Ende kam. Das heißt, die große Linie ist extrem konsistent, aber auf dieser großen Linie bin ich täglich halt rumgehüpft und fand mal das gut und dann fand ich es nicht mehr gut und so. Also das heißt, und ich glaube, das ist auch wichtig, also wenn man jemand ist, der gerne optimiert oder immer nach der Kuh mit den noch größeren Hörnern sucht, dann ist es ganz gut, wenn das alles auf einer Schiene stattfindet. Also das auf einer ruhigen, geraden Strecke und nicht auch noch die Basis wackelt. Also das, oder mal anders formuliert, das ist ganz gut, wenn das Stammbein sicher steht, dann kannst du das Spielbein, dann kannst du mit dem Spielbein mehr Experimente anstellen. Ich habe gerade so ans Schwimmen gedacht irgendwie, also weil du bist ja auch offen, also wenn du im Schwimmbad bist, Schwimmen hatte, dann schwimmst du auf einer Bahn und irgendwann, also dadurch, dass du immer auf dieser Bahn bist, kannst du dann irgendwann anfangen, dich so zu verändern, du kannst zu optimieren. Also du kannst sozusagen deine Hände ein bisschen verändern und siehst und deine Beine, deinen Kopf ein bisschen anders machen. Du merkst dann eigentlich, dadurch, dass du immer diese eine Bahn hin und zurück, kannst du dich eigentlich dann verbessern, also auch optimieren, weil du eben auf dieser Bahn bist. Wenn du die ganze Zeit rausspringst, läufst, Tennis spielst, wieder reinspringst, also dann hast du nicht diese Möglichkeit, diese Feinjustierung zu machen, habe ich gerade gedacht. Ja, genau, da ist was dran, wobei ich beim Schwimmen optimiere mich schon lange nicht mehr, also da habe ich irgendwann irgendwie einen Stil mir angewohnt, der sicher komplett falsch ist, aber ich habe jetzt auch keine Veranlassung, den zu optimieren. Ich schwimme oft und das am liebsten in leeren Schwimmbecken, also ich mag nicht, wenn andere Leute da quer schwimmen und ich mag auch keine großen Schwimmbecken. Und wir haben zu Hause ein Schwimmbad und da wurde gesagt, Mensch, willst du nicht eine Gegenstromanlage einbauen, weil das ist so kurz und so? Aber ich habe gesagt, nee, nee, in meinem Alter ist Wendigkeit viel wichtiger als Ausdauer und bei diesem kurzen Schwimmbecken muss ich ständig wenden und das ist großartig für mich. Aha. Also das heißt, Wendigkeit finde ich in meinem Alter eine ganz wichtige, also sowohl geistig als auch körperlich, eine wichtige Qualität. Und warum eine Gegenstromanlage, das ist ja irgendwie auch unangenehm, das ist ja gegen den Stromschwimmen. Und so, also das finde ich auch energetisch völlig gaga, also man strengt sich an, man gibt sich Mühe und da strengt sich jemand dagegen an und das kostet auch noch Strom, macht Lärm und so. Nee, nee, ich liebe kurze Schwimmbäder, sechs Meter, acht Meter, das ist super. Und die Wendigkeit, das werde ich das nächste Mal, wenn ich in der Schwimmhalle bin, daran denken, weil ich immer diese Umkehren, das nervt mich irgendwann. Aber so zu sehen, zu sagen, daran kann man so Wendigkeit üben, also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, weil das überträgt sich ja trotzdem irgendwann. Und für mich ist immer ein Schwimmbad, ah, 25 Meter, mega gut und ich werde in Zukunft, glaube ich, mal gucken, ob ich eher so, oder ich klingel bei dir und sage, kann ich mal schnell wenden kommen? Nee, mag ich gar nicht, diese riesen Schwimmbäder, nee, ganz fürchterlich, also 25 Meter oder 50 Meter, sehr unangenehm, fühle ich mich völlig verloren. Völlig verloren, verstehe ich. Du hast mal gesagt, dass deine Bedürfnisse auf einen Bierdeckel passen, hast aber nicht gesagt, was deine Bedürfnisse sind. Jetzt habe ich schon eins, Wendigkeit, würde ich sagen, scheint ein Bedürfnis zu sein oder wendig zu bleiben. Was sind so andere Bedürfnisse, die du hast? Diese Bierdeckel-Geschichte, die bezog sich auf mein Bedürfnis an Hilfe von Assistenten oder Assistentin, weil ich hatte, was Assistentinnen angeht, eine hohe Fluktuation, also es gab irgendwie, und das war in unserer Firma ein, überhaupt kein beliebter Job. Deine Assistentin zu sein. Wenn das wieder anstand, also wenn wieder jemand gekündigt hatte, der für mich gearbeitet hat, dann gingen immer alle in Deckung, also keiner wollte das machen. Einer hat sogar gekündigt, also nur weil sie Angst hatte, dass sie diesen Job bekommt und ich habe mich damit verteidigt, dass ich gesagt habe, so kompliziert bin ich nicht, ich kann alles, was ich brauche, passt auf einen Bierdeckel. Und das ist meine Vorstellung, die Wirklichkeit wird sicher etwas komplizierter sein. Also ich bin eben schon, in gewisser Weise, es gibt ja Kollegen oder Chefs, die irre kompliziert sind, was Unterbringung angeht oder so. Also da muss das Hotelzimmer, muss das haben, mindestens so viel Quadratmeter und das Badezimmer muss so sein und so gekachelt. Und also es gibt sehr viele Sachen, wo ich komplett anspruchslos, also wo mir alles wurscht ist. Und dann gibt es andere Sachen, simple Dinge, die erfüllt sein müssen. Und das braucht eine gewisse Eingewöhnung, aber die Assistentin, die ich seit vielen Jahren habe, jetzt stabil habe, die hat sich perfekt in mich eingefühlt. Die spürt mich, sie weiß genau, was mir fehlt, sie sieht voraus, was ich falsch mache und so weiter. Also die hat das perfekt, also besser geht es nicht, muss ich sagen. Jetzt bin ich aber gespannt, was das für Bedürfnisse sind. Na ja, also ich bin jemand, der zum Beispiel, wenn er eine Reise macht, dann versuche ich, das immer zu optimieren. Das heißt, also beispielsweise, übermorgen fahre ich nach Frankfurt im Zug und ich möchte dann nicht nur einen Termin machen, sondern ich möchte möglichst viele Termine machen, also ich möchte möglichst die Zeit gut nutzen und dann das noch und das noch und das noch. Und das ist dann manchmal so ein bisschen kompliziert, dass jemand sagen könnte, ja, warum willst du den treffen? Der ist doch völlig unwichtig für dich. Und ich sage, ja, einfach, weil ich in Frankfurt bin und dann kann ich das erledigen und so. Das ist so eine Manie von mir, also ich möchte eine Reise optimieren. Ich möchte zurückkommen und sagen, toll, ich habe fünf Termine untergebracht und diese Zugfahrt hat sich wirklich gelohnt. Ich bin ein ganz schlechter Taxifahrer, also Taxinutzer, mache ich auch nicht. Also ich fahre praktisch nie Taxi. Du fährst U-Bahn oder? U-Bahn, Straßenbahn, Zug und mit diesen Rollern, also TIA und BDH-Bolt und so weiter. Mit diesen Rollern fahre ich oder ich gehe zu Fuß. Taxi tue ich mich irre schwer, also das mache ich nur im äußersten Notfall, weil ich ständig einen besseren Weg kenne. Es macht mich krank, wenn ein Taxifahrer anders fährt, als ich fahren würde. Und ich mag es dann auch nicht sagen. Manchmal sage ich, als Frage stelle ich es dann höflich. Ich sage, wäre nicht besser gewesen, wenn wir vorher rechts abgebogen wären. Meistens kommt dann ein Nein oder so. Man ist auch wahnsinnig unbeliebt als Fahrer dann in dem Moment. Ja, klar, genau. Aber mich wirkt das dann innerlich, wenn ich denke, Mensch, ich wäre jetzt da rechts abgebogen, weil ich kenne genau die nächste Ampel und es geht viel schneller und der Taxifahrer fährt anders und so. Also ich mag das nicht, sondern da bin ich also völlig schon ein bisschen gestört, kann man sagen. Und darum fahre ich ganz selten Taxi. U-Bahn ist für mich viel angenehmer. Da gäbe es auch das eine oder andere zu optimieren bei der U-Bahn, würde ich sagen. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass es dir darum geht, also dein Bedürfnis ist eigentlich, nach dem besseren Weg zu schauen. Und dass jemand, der mit dir zum Beispiel arbeitet oder der einen Bierdeckel hinlegt und wo du dein Bedürfnis drauf schreibst, da würde man eben lesen, ich will den bestmöglichen Weg gehen und auch immer gucken, ob es noch vielleicht einen besseren gibt. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen bei mir Grundantrieb, also quasi der Plan B, der noch besser ist als Plan A. Das ist so tief in mir verwurzelt. Also wie immer, wenn irgendetwas vorgeschlagen wird oder ich etwas vorhabe, dann denke ich immer darüber nach, Mensch, gäbe es noch einen anderen Weg, also gäbe es noch eine andere Möglichkeit, das Ziel noch besser zu erreichen oder so. Also dieses Optimieren. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Reisen oder auf, sondern grundsätzlich, also alles, was man sich vornehmt, jede Idee oder so. Ich habe immer Lust darauf, also genauso wie ältere Menschen gern Kreuzfahrträste lösen, habe ich großen Spaß daran, aus einem Plan A einen noch besseren Plan B zu machen. Und hast du mal herausgefunden, woran das liegt? Also woher dieser Optimierungs, ich benutze mal das Wort Wahn, ich weiß nicht, ob es schon ein Wahn ist. Doch, doch, Wahn ist nicht verkehrt. Woher der kommt? Nee, ich denke, also ich denke dabei oft an meine Mutter. Meine Mutter war eine radikal lösungsorientierte Person. Die hat immer in Lösungen gedacht. Das war schon geradezu faszinierend. Und das habe ich mir, also irgendwie habe ich mir das nicht nur angeeignet, sondern teilweise bis zum Exzess gebracht. Und natürlich führt das auch zu Diskussionen. Also jetzt mit meiner Frau, wenn dann irgendwie, also angenommen, unser Sohn war zu Hause und hat nicht aufgeräumt. Ja. Und meine Frau sagt, er hat nicht aufgeräumt. Und anstatt, dass ich dann sage, ja, ich rufe ihn an, dass er noch aufräumen soll oder so, räume ich auf. Ja. Also ich mache es dann selbst oder so. Und dann sagt er, nee, du sollst es aufräumen, das soll er machen. Dann sage ich, ja, aber es geht ja viel schneller, wenn ich es mache. Weil das geht viel schneller, als Ihnen jetzt eine WhatsApp zu schicken und dann eben eine dumme Antwort zu kriegen. Also das heißt, mir ist dann alles Wurscht, Gerechtigkeit und was auch immer, sondern ich will es einfach vom Tisch haben. Ich will es lösen. Und so war meine Mutter. Und ich meine, ich habe es zum Exzess gemacht. Du hast sie übertrumpft. Und was musste sie radikal lösen? Also was waren ihre Aufgaben? Sie hat bei deinem Vater auch gearbeitet. Dein Vater war Verleger, hatte eine Buchhandlung und sie hat dort dann als Buchhalterin mitgearbeitet, was ich gelesen habe. Genau, genau. Also da musste sie nicht viel, sie hat einfach die Buchführung gemacht für meinen Vater und so. Ansonsten war sie unsere Mutter und war jetzt keine wirkliche Hausfrau oder keine leidenschaftliche Hausfrau oder auch keine Köchin, was dann auch abfärbt auf meinen Essverhalten. Aber sie hat viel mit uns gemacht. Also sie hat sich viel um die Kinder gekümmert und eben dort, also beispielsweise, wenn wir im Sommer auf die Idee kamen, wir Kinder, dass wir Ski laufen wollen, dann hat sie das irgendwie möglich gemacht. Oh, wow. Also dann hat sie irgendwie im Garten mit Schmierseife so einen Hügel und dann hat sie uns irgendwie Bretter gegeben oder die Skier gegeben und dann sind wir halt auf Schmierseife so einen Hügel runtergerutscht. Also das war, sowas war typisch für meine Mutter. Die hat dann nicht gesagt, ja was, ich wollte Ski laufen, geht doch lieber schwimmen. Wir haben Sommer und wir werden ja sicher im Winter, werden wir wieder eine Woche in den Skiurlaub gehen. Nee, nee, meine Mutter hat dann, ach, ich wollte Ski laufen. Okay, dann überlege ich mir, wie das geht und dann hat sie Schmierseife besorgt. Und das so, eins der vielen Beispiele, anderes interessant, ein ganz niedliches Beispiel war, dass ich wollte nie Rotkraut essen, das schmeckte, oder wir Kinder wollten das nicht, schmeckte uns halt nicht. Und eines Tages fragt meine Mutter beim Abendbrot ganz beiläufig, möchte noch jemand etwas stark werden? Ja, und wir, wie, was ist stark werden? Und sagt sie, ach, man nennt das so, weil es so stark macht. Und sofort fingen wir an, dieses Zeug zu essen. So haben die das, glaube ich, auch mit dem Spinat gemacht, mit Popeye, oder? Ja, genau, sehr nah am Popeye dran. Aber das ist eben die Art, wie meine Mutter auch mit Problemen umgegangen ist. Eine gute Werberin. Schon, ja. Das ist ja eine glatte Lüge, also sie hat sich das ausgedacht mit dem Starkwerder, das war ihre Erfindung. Genau, und du hast aber, wenn du das gesehen hättest in der Werbung, hättest du danach auch gesagt, das kaufe ich. Das kaufe ich, hundertprozentig. Frischer Atem für zwei Stunden, mega, unbedingt mit dir einen Tic Tac. Genau, genau. Dann nimmt man die Tic Tacs und merkt, komischerweise, hat sie die Minuten weg. Was hat dein Vater verlegt? Mein Vater war ursprünglich Verleger, also studiert und Kunsthistoriker. Und zunächst Verleger und dann hat er zwei Buchhandlungen in Zürich übernommen, für religiöse Bücher und Kunst. Das heißt, mein Elternhaus war sehr religiös, sehr religiös geprägt und so. Und auch mit allem drum und dran, also auch mit Verzicht. Also die haben sich nie was geleistet, meine Eltern, sondern es war immer sehr, alles sehr sparsam und sehr, also Konsum war eher Sünde und so. Aber Gott, ich habe es überlebt und vielleicht hat es mir auch ein paar gute Dinge mitgegeben. Allerdings, das Religiöse habe ich dann nicht mitgenommen. Das wurde mir abgewöhnt in meiner Zeit in der Klosterschule. Ich war dann vier Jahre in der Klosterschule. Ich muss sagen, gegen meinen Willen, also meine Eltern fanden das ganz toll, wenn ich dort in der Klosterschule mein Gymnasium absolviere. Das ist aber eher schiefgegangen, also das fand ich, das war, ich finde, aus heutiger Sicht eine harte Zeit. Also ich glaube, das wäre heute verboten, wie wir dort untergebracht waren. Also ich sage immer, das war strenger als heute im Jugendstrafvollzug, weil wir durften nichts. Wir waren gefangen in Mauern, man durfte das Kloster nicht verlassen, jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen, jeden Morgen Heilige Messe. Teilweise, dann gab es Exerzitien, wo man nicht miteinander reden durfte, sondern nur lesen durfte und so weiter. Also das war schon eine ungewöhnlich harte Zeit. Warum bist du da vom Glauben abgefallen? Naja, wenn man vier Jahre lang jeden Tag in die Kirche geht oder so, also irgendwie, ich war dann sehr, sehr froh, als das vorbei war. Und damals, ich weiß noch, damals gab es die Zeitschrift Konkret, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, das war so eine, irgendwie so Richtung Anarcho. Und da war ein Kirchenaustrittsformular, das man ausschnippeln konnte und ausfüllen und so. Das habe ich sofort genutzt, kaum war ich aus dem Internat raus und habe mein erstes Geld verdient, weil ich habe dann auch gemerkt, das ist ja gar nicht so günstig. Also wie gesagt, 1700 brutto und 10% der Steuern gingen an die Kirche, das fand ich dann unnötig. Und wie fand das deine Eltern, dass du ausgestiegen bist, ausgetreten bist? Das haben die nicht mehr so mitgekriegt oder das haben die jetzt nicht verurteilt, sondern die blieben religiös bis ans Lebensende. Und Gott, sie haben uns halt so erzogen und sie waren selbst auch so erzogen und wir dann halt nicht. Und waren deine Geschwister, du hast einen Bruder und eine Schwester, die inzwischen verstorben ist, waren die auch auf der Schule? Waren die auch im Internat? Nein, insgesamt waren wir vier. Das heißt, ich hatte einen Bruder, der war ein Jahr vor mir und der ist aber kurz nach der Geburt gestorben. Das heißt, ich bin sozusagen sein Ersatzmann. Und meine Schwester ist auch verstorben, mein Bruder ist sechs Jahre jünger. Meine Schwester und ich waren in Klosterschulen und mein jüngerer Bruder, da haben sie dann wahrscheinlich gelernt, dass das nichts ist oder dass das nicht gut ankommt. Der durfte ins städtische Gymnasium. Und der hat dann auch eine erfolgreiche Schulkarriere hinter sich gebracht. Halt in einer freien Umgebung. Und ich hatte die nicht. Also ich war, ich will nicht sagen, ein schlechter Schüler, weil ich finde, schlechter Schüler klingt so, als, das klingt so schlecht, also es klingt wie schlechter Mensch, also als wäre ich immer laut und aufsässig gewesen, hätte geschwänzt und hätte Mädchen an den Haaren gezogen oder so. Also ich war ein erfolgloser Schüler, weil ich habe mich bemüht, einigermaßen bemüht, aber ich habe es halt nicht geschafft. Und es war auch, es war ein altsprachliches Gymnasium, eine andere Möglichkeit gab es nicht im Kloster. Das heißt, Griechisch und Latein waren die wichtigsten Fächer und auch die zeitintensivsten Fächer. Und ich bin nie ein Sprachtalent gewesen und irgendwie, es war einfach, es war falsch für mich. Aber es war die falsche Ausbildung, die mir nie Spaß gebracht hat und eigentlich schade. Kannst du dir erklären, warum, also du bist ja ein sehr, jetzt ein sehr disziplinierter Mensch, ein optimierter Mensch, warum das in der Schule dann nicht hingehauen hat? Also dass du, also eigentlich habe ich, also so wie ich dich in der Vorbereitung kenne und wie du mir jetzt gegenüber sitzt, habe ich das Gefühl, wenn der sich was vornimmt, dann findet der eine Lösung und findet sogar noch eine zweite Lösung, um da hinzukommen. Was hat dich in der Schule verhindert? Naja, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber das war früher schon eine Zeit, also als ich groß geworden bin, ich bin ja 1952 geboren, da waren die Eltern noch sehr autoritär. Also das waren meine Eltern, das waren Autoritäten. Ich glaube, bei meiner Mutter zu Hause, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ihre Eltern, die kommt aus Belgien, also französischsprachiger Haushalt, und die haben ihre Eltern gesiezt. Also das war, also wir haben unsere Eltern nicht gesiezt, aber irgendwie der Respekt war ähnlich. Also wir hätten nie irgendwie das Wort erhoben gegen meine Eltern als Kind, ich hätte nie, oder Widerworte oder irgend so, sondern das heißt, man hat, also praktisch bis 18 habe ich gemacht, was meine Eltern von mir verlangt haben, oder wo, oder da war ich also nicht sehr, da gab es nicht viel Protest von mir, sondern erst hinterher habe ich dann meinen Weg gesucht. Und meine Eltern hatten einfach die Vorstellung, wie gesagt, Vater Kunsthistoriker, Mutter Dolmetscherin, also sie fanden irgendwie Sprachen für mich wichtig und Altsprachen, Altersprachen eben auch wichtig, und sie wollten mich in so eine Richtung bringen, die mir überhaupt nicht lag. Also ich glaube, heute würde man das nicht mehr machen. Und konnten sie, ich meine, du bist Werber geworden, so nenne ich es jetzt mal, und du hast erst erzählt, dass bei euch zu Hause überhaupt nicht, also Konsum eigentlich verpönt war, regelrecht, und Werber ist ja das Konsum-Tierchen, was es überhaupt gibt. Also da dreht sich eigentlich alles genau darum. Ist das so eine Auflehnung gewesen, oder konnten sie es überhaupt nachvollziehen, dass du dann, dass du das werden willst, dass du möchtest, dass sich Leute eben die Wohnung vollstellen oder das Haus? Ja, also sie waren dann schon glücklich, dass ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht und dort dann auch meinen Weg gemacht hat. Und auch so, insofern stolz, dass mein Vater hat dann immer wieder mal, wenn irgendwas in der Zeitung erschien, hat er das ausgeschnitten und mir geschickt und so weiter. Die haben meinen Beruf, das haben die jetzt nicht so in die Nähe von Konsum gebracht, sondern eher in die Nähe von Kreativität, PR, Journalismus oder so. Und meine Familie väterlicherseits ist voller Fotografen, Literaten, Bildhauer, eben Buchhändler und Verleger und so. Also das heißt, das war jetzt nicht weit vom Familienstamm entfernt. Jetzt Werber war natürlich ein bisschen eine andere Auslegung. Und damals in der Schule war es so, dass alle, die etwas mit Sprache machen wollten oder mit Kreativität machen wollten, da gab es zwei Gruppen. Die eher Braveren, die wollten Journalist werden. Und die weniger Braven, die wollten in die Werbung. Und ich gehörte halt oder ich fühlte mich zu den weniger Braven zugehörig. Und so bin ich in die Werbung gekommen. Vielleicht nochmal zu dem Respekt, den ich vorhin erwähnt habe, den man seinen Eltern gegenüber hatte. Also da war eine viel höhere Distanz als heute. Mir fällt das so auf, also ich wäre nie und nimmer als Jugendlicher oder 18-Jähriger oder 16-Jähriger auf die Idee gekommen, im Kleiderschrank meines Vaters irgendwas zu klauen oder zu tragen. Also nie und nimmer, nicht mal Socken oder Unterhosen, nichts. Das war für mich so weit weg und so fremd. Ich erlebe das aber bei unseren Jungs ständig. Also die klauen mir ständig alles aus dem Kleiderschrank und ich ihnen. Das heißt, da ist eine ganz andere Nähe entstanden oder auch wie man miteinander spricht. Die Respektlosigkeit, die ich sehr schön finde, auch wenn es manchmal Schmerz hat. Also manchmal ist es unangenehm, wenn man so die Wahrheit ins Gesicht bekommt, aber sie hilft natürlich. Das war schon eine ganz andere Zeit, muss ich sagen. Auch mit körperlichen Strafen. Also wo man heute sagt, Mensch, da muss ja gleich die Kripo ermitteln. Wobei du ja eigentlich noch, ich meine, du bist Generation meiner Eltern im Grunde und ich kenne noch Backpfeifen, aber ordentlich. Also ich kenne noch. Du auch. Ich kenne noch richtig die Flache auf jeden Fall. Das kenne ich noch. Genau, bei mir gab es dann zwei. Ja, also das ist, deswegen frage ich mich, also weil das ist, und das ist nicht, das war jetzt nicht im Hause Hüscher eine Besonderheit, sondern ich kenne das auch von meinen Freunden, Freundinnen aus dieser Zeit. Auch, ich weiß noch, auf einer Reise mein Großvater mir voll eine geballert hat. Und das hörte ja dann irgendwann auf, aber dennoch scheint es dir ja durch auch eine Wendigkeit gelungen zu sein, da nicht reinzutapsen, weil ich glaube, Menschen in deinem Alter, die Generation in deinem Alter, ist eigentlich noch so gewesen, dass die sich nicht anders zu helfen wussten. Also mir hilft, also natürlich ertappe ich mich auch dabei, manchmal eben verknöcherte Ansichten zu haben. Gerade in letzter Zeit mit den ganzen Themen, die rumschwirren und auch wichtig sind, manchmal merke ich, oh, da hast du jetzt Mühe, den Anschluss zu finden oder du findest eine Sache oder eine Entwicklung, da kommst du nicht so richtig hinterher. Aber was mir extrem hilft, ist, ich habe vor kurzem mir bewusst gemacht, dass ich habe einen Bekanntenkreis von vielleicht 300 Menschen. Also 300, vielleicht sind es 400 oder es sind 200, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber sagen wir mal, das sind so die, so mein Umfeld, also Leute, die ich schon mal treffe, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, mit denen ich maile, beruflich, privat und so. Und das Besondere ist, 299 sind jünger als ich, einer ist älter als ich. Also ich kenne nur einen Menschen, der älter als ich ist, und der ist ein halbes Jahr älter, der ist also quasi im gleichen Jahr geboren. Aber ich kenne niemanden, der über 70 ist, ich kenne niemanden, der 80 ist, ich kenne niemanden, der 90 ist, also findet in meinem Umfeld nicht stark klar, irgendwann sterben Menschen. Das heißt, ich bin in der Familie, im Beruf, aber auch in meinem Leben, jetzt, du bist auch jünger, nehme ich an. 42, ja. Genau, zwei Jahrzehnte. Also ich bin nur umgeben von wesentlich jüngeren Leuten. Und natürlich hilft das bei der Flexibilität, also natürlich hilft das beim Neuprogrammieren, beim Umdenken, beim Anschlusshalten. Aber trotzdem, manchmal muss ich, manchmal stolpere ich, oder manchmal muss ich mir einen Ruck geben, muss ich sagen, okay, jetzt überdenk das jetzt nochmal deine alte, Altherrenhaltung. Da komme ich gleich nochmal dazu, diesen Verknäucher, das interessiert mich. Aber ich habe, also wie gesagt, ich bin jetzt 42, und ich habe lange, und wahrscheinlich ging es dir ähnlich, auch davon profitiert. Das hört sich jetzt so, als würde man nur danach suchen, wie man profitiert davon. Aber ich habe ältere Freunde und habe davon profitiert, auf jeden Fall. Also das ist eher, weil ich da viel mitgenommen habe, und mir viel so, ich nenne es auch so Dorfälteste. Also weil das so, das müssen nicht unbedingt nur Alte sein, aber so wo ich merke, so einer meiner engsten Freunde ist irgendwie wesentlich älter als ich. Und das tut mir schon wahnsinnig gut, seinen Blick immer wieder zu kriegen, auch Freundinnen von mir, die älter sind. Meine Frau ist älter als ich. Das hat irgendwie, habe ich da einen Wert, aber das scheint mir ja bei dir so zu sein, dass es sich irgendwann wahrscheinlich auch gedreht hat, oder war das schon immer so, dass du eher dich umgeben hast mit jungen Menschen? Nee, keineswegs. Das dreht sich natürlich. Also auch bewusst geguckt? Irgendwann. Ja, bewusst war das nie, sondern das ist ja irgendwie entstanden. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe mir nie vorgenommen, Mensch, lass die anderen weg. Genau, lass nur noch die alten Beziehungen abschneiden, sondern irgendwie ist das so entstanden. Und natürlich mit 20, ich hatte auch meistens ältere Freundinnen damals und als Berufsansteiger waren natürlich die ganzen Kollegen eher älter und so. Das heißt, das hat sich jetzt einfach irgendwann umgedreht, durch die Firma natürlich. Also die Firma ist ein junges Umfeld, also ich bin halt irgendwann sehr schnell der Älteste der Firma gewesen und bin es dann auch geblieben. Und natürlich auch durch Familie. Also meine Frau ist 16 Jahre jünger und Kind auch logischerweise auch ein bisschen jünger. Naja, aber ich muss sagen, also das inspiriert mich und ich finde es gesund. Also mir und ich bin auch recht hemmungslos. Also wenn wir jetzt in einen Laden gehen, also in ein Restaurant oder was auch immer oder auch zu einer Party oder so, mich stört das jetzt nicht wahnsinnig, wenn ich der Älteste bin oder wenn da jetzt Durchschnittsalter 30 ist und ich hänge da rum. Also das ist nicht so, dass ich mich dann unwohl fühle und denke, oh Gott und die gucken mich sicher schon an oder so, sondern irgendwie, also ich fühle mich wohl und solange es niemand stört. Und gucken sie dich an oder gucken sie dich nicht an? Nee, eher nicht. Also ich fühle mich nicht speziell wahrgenommen oder nicht so, also ich habe nicht den Eindruck, dass man mit Fingern mich zeigt und sagt, oh Gott, der Opi hat sich verehrt. Wer hat einen Stuhl? Wer hat einen Stuhl? Ja, genau. Und bei welchen Sachen, du hast erst gesagt verknöchert, was sind so Sachen, wo du nicht mehr, wo du gemerkt hast, irgendwie so richtig, das check ich jetzt nicht mehr? Naja, ja, also ich habe mir zwar vorgenommen, hier nichts zu erzählen, was zu Shitstorm führen kann, aber ich kann ja wenigstens eine kleine Ausnahme machen. Also eine... Hauptsache du hast es noch nicht erzählt, das ist das Wichtigste. Nee, das habe ich noch nicht erzählt. Nee, habe ich mich noch nicht getraut zu erzählen, weil es ist eine streng familiäre Sache. Darüber rede ich nur mit meiner Frau. Also, aber das ist wirklich jetzt so eine Altern-Geschichte, das ist ja wirklich schlimm, aber ich lerne dazu. Ich finde, dass natürlich hohe Schuhe sind ungesund. Also High Heels sind ungesund, Pumps sind ungesund und so weiter. Und meine Frau hat immer oder sehr oft Schuhe getragen und so und ich weiß, dass das jetzt gesundheitlich bedenklich ist. Jetzt ist die Mode so, dass alle alle flach rumlaufen. Ja. Und ich finde es einfach nicht so schön. Aber das ist halt so, das ist wirklich alter Mann und meine Frau auch, die läuft jetzt auch mit Sandalen rum und hat das irgendwie völlig abgeschafft. Ich denke ja, gut für die Gesundheit, aber es gefiel mir halt besser, andersrum. Und ich hoffe, dass irgendwann die Mode diese Kurve wieder kriegt, weil irgendwie sieht es eleganter aus, was weiß ich. Ich glaube aber, es ist ein schwieriges Thema, weil klar, Shitstorm verdächtig, also da mache ich mich natürlich angreifbar. Ja, aber das ist jetzt so eine Sache, wo ich dann schon lerne, okay, es ist gesünder und wenn alle, also wenn das, wenn alle Frauen flachlaufen, also dann ist das wie eine weltweite Abrüstung und führt wieder zu einem Gleichstand und man muss dann einfach den Blick verändern oder die, die, Also du hast sozusagen, du verstehst das schon, aber das ist, du findest es, also das ist wie so ein bisschen, man versteht schon, dass Leute zu, also ich verstehe, warum Menschen, keine Ahnung, zu McDonalds gehen. Ich kann das total nachvollziehen, aber trotzdem muss ich es ja nicht gut finden. Ja, genau. So ein bisschen. Also man kann das nachvollziehen, dass das logischerweise viel gesünder ist, es ist auch nicht mehr, das muss auch alles nicht mehr sein und warum sollte man sich das antun, wenn es nicht bequem ist. Ich finde, ja genau, ich verstehe es, ich finde es sogar inzwischen gut, aber gleichzeitig schade. Ja. Das gefiel mir vorher besser. Ja, das verstehe ich. Okay, das ist, nee, gucken wir mal, was jetzt passiert, würde ich sagen. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Den kennt ihr hoffentlich schon. Wenn ihr im besten den jetzt telefonieren und surfen wollt und keine Lust habt, euch durch unendlich viele Tarifoptionen zu wühlen, dann wechselt doch einfach zu Frank. Frank ist wirklich der wohl einfachste Handy-Tarif, der komplett per App funktioniert. Einfach die Frank-App herunterladen, Daten eingeben und mit der voll digitalen E-SIM nach wenigen Minuten starten. Das ist so einfach wie ein Spiegel einbraten oder sich die Zähne zu putzen. Frank funktioniert natürlich auch mit einer normalen SIM-Karte. Die wird dir dann zugeschickt. Mit dem Code HOTEMATZE bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt sechs Gigabyte Datenvolumen im Monat für zehn Euro im Monat. Und wer dann noch Freundinnen oder Freunde überzeugt und wirkt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal einen Gigabyte mehr. Und der oder die Freundin und Freund ebenfalls. Das sind bis zu zehn Gigabyte für zehn Euro pro Monat. Das ist auch was. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist natürlich monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Superwerbepartner Frank für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist mal wieder Heineken. Prost, Heineken. Mein liebster Dauerwerbepartner hier, Mutter Matze, weil diese Dauerwerbepartnerschaft schon Jahre geht. Ich freue mich sehr, dass Heineken dabei ist und ich freue mich auch, dass Heineken bei den Spätis hier um die Ecke bei mir zu Hause und am Wochenendgrundstück jetzt auch dabei ist. Ich habe, muss ich zugeben, meine Späti-Freunde immer wieder danach gefragt, wenn sie es nicht im Sortiment hatten, Tröpfchen-Foltermethode nenne ich das. Und dann fragt man einfach immer wieder und irgendwann haben sie es da für mich auch wirklich gerade wichtig, weil ich bin gern draußen aktuell, ich bin gern unterwegs, spaziere ein bisschen, sitze irgendwo am Wasser und dann freue ich mich, wenn ich Heineken nur null trinken kann und eben mein Späti-Freund, meine Späti-Freundin das auch vorrätig hat und so könnt ihr es natürlich auch machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Momente mit eurem Heineken. Schickt mir gern Fotos auf Instagram, tagt mich gern. Das freut mich wahnsinnig, wenn ihr beim Heineken nur null trinken an mich denkt. Ich denke auch an euch. Vielen herzlichen Dank an Heineken für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zur Folge. Du hast erst schon von dieser Unzufriedenheit erzählt und ich habe in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du Marienerscheinungen hattest. Fünf Marienentscheidungserscheinungen. Das kommt eigentlich daher, dass man meint, man hat die heilige Mutter Maria gesehen. Daher kommt die Begrifflichkeit. Du sagtest, du hattest fünf und eine davon war, dass du die Rolling Stones I can get no satisfaction gehört hast du dann mit deiner Schwester und eine andere war in Bezug auf eine Werbung von Avis oder Herz, die du auswendig kannst. Irgend so was. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber warum hat dich dieses I can get no satisfaction also ich kann nicht zufrieden sein, warum hat dich das so elektrisiert? Genau. Also Marienerscheinungen nenne ich hochemotionale Erlebnisse, die sich tief in die Erinnerung einprägen und die nie mehr aus dem Kopf gehen. Also die ich, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen, die ich heute noch zeichnen könnte. Die heißen Marien oder Marinen? Marien. Marien. Marienerscheinungen. Von Marien nämlich, ne? Ja. Genau. Also Marienerscheinungen ist ja irgendwie was Religiöses. aber bei mir sind es eben, also ich nenne diese hochemotionalen Erlebnisse und die kann ich eben, wenn man so will, an einer Hand abzählen. Und eins der ersten, was ich erinnern kann, ist in der Tat dieses Erlebnis mit meiner Schwester. war, da war ich 13 oder so, ich kann es auch noch genau datieren, weil es war ein Sommer, es war in Graubünden in einem Ferienhaus vor einem Volksempfänger und da kamen die ersten Klänge von I can get no satisfaction. Der Inhalt spielt in dem Fall gar keine Rolle, weil ich konnte gar kein Englisch. Also das heißt, es war die Musik, die mich elektrisiert hat. Einfach nur dieser Gitarrenriff und dann die Stimme von Mick Jagger und so weiter. Das war für mich so ein, man nennt es auch Erweckungserlebnis. Also Erweckungserlebnis ist gängiger als Marienerscheinungen. Aber das war, das ist so in mich eingefahren und das war so ein starkes Erlebnis und von dieser Sorte Erlebnisse, also von diesen starken Momenten gab es dann eben ein paar weitere. Also ein weiteres war in einem, im 1860er Stadion in München damals Franz Beckenbauer zu erleben. Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Sepp Mayer. Also die auf dem Platz zu sehen, davor zu sehen, live, da war ich dann ein paar Jahre älter, das war auch ewig her. Das war auch so ein irrestarkes Erlebnis. Das hat mich so positiv mitgenommen. Und lustigerweise, also mit den Rolling Stones hatte ich dann noch weitere Erlebnisse, aber die waren nicht so stark. Also etwa fünf Jahre später stand ich neben Mick Jagger am Pissoir. Zufällig. Also weil ich war bei einem Konzert, ich kannte den Veranstalter und war dann im gleichen Restaurant wie die Band und so weiter, dann stand ich am Pissoir. Ich habe das jetzt nicht, ich habe nicht gewartet, sondern plötzlich stand er neben mir und so eine schöne Geschichte. Also aber das war jetzt nicht ein Erlebnis, das war jetzt nicht etwas, ich erinnere mich dran, aber das war nicht emotional berührend, sondern einfach schräge Geschichte. Also das heißt, und übrigens ein drittes dieser Marienerscheinungen, eine dritte, war in Palo Alto, als ich zum ersten Mal einen Tesla sah. Da stand ich im Taxi. Ist das die jüngste auch? Die jüngste Marienerscheinung? Ja, das könnte die, ja das müsste die jüngste sein. Das ist, also das war ganz, da gab es die in, in Europa gab es die nicht. Ich stand, ich saß im Taxi an einer Ampel und vor mir war ein Auto und ich konnte es nicht und es sah irgendwie cool aus und ich konnte es nicht identifizieren. Ich wusste nicht, was ist das für ein Auto? Habe mich für Autos sehr interessiert und dann merkte ich, ach das ist ein Tesla und das war so ein heiliger Moment, weil ich dachte, wow, da steht er, das ist er und so. Also das sind Marienerscheinungen, so wie ich sie verstehe. Und hast du irgendwann diesen Song, I Can Get No Satisfaction, weil das ist ja so übergegangen in deiner Arbeit, also Jung von Matt ist ja sozusagen die gelebte Unzufriedenheit, also das ist immer wieder, das hast du ja schon einmal kurz erwähnt, aber das ist irgendwie so das Credo, was über, wenn man mit Menschen redet, die daran arbeiten oder gearbeitet haben, ist das irgendwie das Thema, wir sind unzufrieden, wir bleiben unzufrieden und deswegen habe ich mich so gefragt, wenn da so ein 13-Jähriger sitzt mit seiner Schwester und dann kommt dieses Lied und es wird dann zum Lebensmotto eigentlich. Ja, wie gesagt, ich konnte kein Englisch, also ich wusste gar nicht, was das heißt und ich kann immer noch, also ich spreche nicht sehr gut Englisch, natürlich weiß ich halt, wie es heißt, aber die Geschichte, wir bleiben unzufrieden, die hat überhaupt keinen Bezug zu dem Song, die ist aber auch ganz, also irgendwo ungewöhnlich, weil wir hatten irgendwann gesagt, wir müssen unsere Leitsätze formulieren und ich war, mein Partner war immer eher fürs Management, also er hat die Firma gemanagt und im Grunde genommen war er der Vertriebler und der Frontmann Holger Jung. Holger Jung, genau und ich war der für die Inhalte, die Ideen, das kreative Produkt und so weiter, also das heißt, wir haben uns da auch perfekt ergänzt und da habe ich mich dann hingesetzt und mir Leitsätze ausgedacht, was irgendwie so typisch war für unsere Firma und ich hatte dann sechs Stück und habe die nochmal durchgelesen und fand die total langweilig und dachte, Mensch, das kann auch eine Versicherung von sich behaupten oder jeder oder eine Bäckerei oder sowas, das ist jetzt gar nicht, da fehlt irgendwie die Charakterecke sozusagen und dann hatte ich eine Idee, weil ich dachte, das ist typisch für unsere Firma und das grenzt uns ab vom Wettbewerb und die Idee hieß, wir spielen kein Golf und ich dachte, Mensch, das ist, weil Golf habe ich immer verbunden mit, mit Menschen, also mit Wettbewerbern, die eben so Weining und Dining und irgendwie um viel Freizeit und alles ein bisschen leichter und vor allem Beziehungspflege und so und da waren wir, wir waren, wir haben überhaupt nichts gemacht, wir waren nie mit Kunden essen oder auf Reisen oder sowas, das haben wir überhaupt nicht gemacht, sondern bei uns zählte das, das Produkt war die Vertriebs, also das Vertriebsargument und ich war ganz stolz, ich dachte, das ist ein cooler Satz, wir spielen kein Golf, das hat niemand und so und das ist frech und so weiter. Dann habe ich das vorgestellt in unserem Vorstand und alle fanden es gut, bis auf einer, der Finanzchef, der sagte, ich spiele Golf und ich dachte, oh Gott, das können wir dem Uli nicht antun, muss was Neues überlegen und dann habe ich mich nochmal zurückgezogen und dann entstand, wir bleiben unzufrieden, aber das war, wir bleiben unzufrieden ist auch wieder der Plan B, der besser ist als Plan A, weil ich finde, wir bleiben unzufrieden ist noch charakterisierender und eben auch nachhaltiger, also wir spielen kein Golf, also wir spielen kein Golf, das war eher ein Gag, aber wir bleiben unzufrieden, das ist ein typischer Charakterzug unserer Firma und auch mit ein wesentlicher Grund für, dafür, dass wir eben über Jahrzehnte hinweg eben immer wieder kreativ an der Spitze mitspielen oder die Spitze anführen oder was auch immer, aber immer irgendwie sprich, wenn wir irgendwo antreten, ist immer schon mal eine Medaille weg, das kann man schon sagen. Du bist ja 76 in die Werbung, das war dann dein erster Job in Düsseldorf und jetzt bist du nicht mehr in der Werbung, du bist jetzt Rentner, so sagst du es zumindest selbst, also du bist ja über 40 Jahre, hast du das gemacht? 76, 86, 86? Genau, fast 50 Jahre. Fast 50 Jahre. Und du hast erst von dieser langen Bahnung auch schon gesprochen, warum bist du so lange in der Werbung geblieben? Warum, was hat dich da gehalten? Als jemand, der eigentlich wendig ist und auch super neugierig ist, wie mir das scheint? Also es hat mir eben so lange Spaß gemacht und irgendwann, also mit einer Firma ist es so, das habe ich jedenfalls so erlebt, dass man gründet eine Firma und denkt, also man steuert etwas aktiv und spätestens nach drei Jahren lenkt man nicht mehr die Firma, sondern die Firma lenkt einen. also das heißt oder also eine Zeit lang denkt man noch, hält sich das so ein bisschen die Waage, also man lenkt eine Firma und die Firma gleichzeitig lenkt ein, aber spätestens nach zehn Jahren hat die Firma dich im Griff. Also das heißt, sie diktiert dein Lebenstempo, sie diktiert deine Tage, sie diktiert deinen Urlaub, dein Umfeld und alles. Und sprich, irgendwann hat so eine Firma dann auch mit Verantwortung zu tun. also weil das sind viele Menschen, die haben ihr berufliches Schicksal in deine Hände gelegt, die haben irgendwie irgendwann entschieden, Mensch, dem vertrauen wir, dem folgen wir oder den beiden folgen wir und dem musst du dann auch irgendwie gerecht werden. Also ich hatte nie oder ich hätte es jetzt nicht übers Herz gebracht, irgendwann zu sagen, so, jetzt habe ich satt oder ich habe genügend Geld verdient und jetzt möchte ich was ganz anderes machen oder mich zurückziehen und kürzer treten, das ist sowieso nicht, also ich bin kein freizeiter orientierter Mensch, also ich bin jetzt nicht, ich träume nicht vom Strand, sondern ich finde das mal schön, aber ich möchte schon immer etwas machen. Also du hast das für die Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitenden gemacht? oder so daran geblieben? Also Verantwortung gegenüber meinem Partner natürlich, also man lässt jemand nicht hängen, mit dem man etwas gegründet hat, das ist ja wie Familie gründen oder sowas, also es ist eine Verantwortung gegenüber einem Lebenswerk, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und letztlich auch nicht zuletzt auch den Kunden, also es gibt ja auch sehr langfristige Kunden, also die wir vor allem zum Beispiel die Firma SIX, die ich seit 36 Jahren betreue, also du betreust die immer noch? Immer noch, ja doch, also immer noch, jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich habe immer noch Verbindungen und gebe mein Rad ab und irgendwie, also es war immer, also ich habe nie die Idee gehabt, jetzt kannst du einfach rausspazieren und eigentlich soll dir das wurscht sein, sondern also bis solange es sinnvoll war, war ich praktisch an der aktiven Front und natürlich als Kreativer bist du irgendwann nicht mehr sinnvoll, also irgendwann mit 65 bist du kein glaubwürdiger kreativer Führer einer Agentur, umso weniger als sich eben wahnsinnig viel verändert hat in der Branche, als sehr viel Neues gekommen ist, was ich mir zwar immer brav angelesen habe und sicher auch brav verstanden habe, aber ich habe es nicht miterlebt, also ich habe es nicht gelebt, also jetzt Beispiel Social Media, natürlich kenne ich alle Plattformen, natürlich kenne ich die Begriffe, natürlich kenne ich die Möglichkeiten, aber ich mache es halt nicht und wenn du es nicht machst, dann spürst du es auch nicht wirklich und dann kannst du es auch nicht richtig handeln und drum war für mich jetzt 65 höchste Zeit, um praktisch die Führung abzugeben und eben einen Schritt zurückzutreten und aus meiner Sicht funktioniert das eben sehr gut, auch für mich. An welchem Moment hast du gemerkt, dass du so ein bisschen aus der Zeit fällst oder dass die Zeit vielleicht an der Stelle auch abgelaufen ist? Es gab zunehmend Präsentationen, die ich toll fand, weil ich sie nicht mehr verstand. Also die ich gelesen, also Präsentationen aus unserem Haus, die habe ich durchgelesen, war total fasziniert, dachte, wow, diese Begriffe und diese Tabellen und so weiter, verstanden habe ich nichts oder verstanden habe ich einen Bruchteil und dann dachte ich, Mensch, irgendwie, also du checkst es einfach nicht mehr genügend und jetzt natürlich, ich weiß immer noch, also ein starker Satz ist ein starker Satz und eine starke Idee ist eine starke Idee, also das heißt, das sind ewigliche Dinge, auch mein Thema war immer Sprache und Sprache hat sich ja nicht so verändert, also das heißt, hat sich vieles, quasi die Art, Bilder anzuschauen, Bilder zu generieren, Bewegtbild und so, da hat sich vieles verändert, aber Sprache, also das heißt, ein starker Slogan von heute ist nicht unbedingt, also der wäre vor 40 Jahren genauso stark gewesen oder ähnlich stark, das heißt, es ist jetzt nicht eine völlig neue Art mit Text umzugehen eingeflossen, außer dass heute alles schludrig ist, also das fällt mir natürlich auf, dass die Leute sich keine Mühe mehr geben, also ich bin jemand, der Sprache, der immer wahnsinnig gearbeitet hat, an jeder Zeile, bis die super aussah und also bis die formal und dann habe ich es nochmal umformuliert und so, das gibt es heute nicht mehr, also diesen Fetisch, einen Satz so zu bauen, dass er auch optisch ikonisch ist, das gibt es nicht mehr, hat aber auch den Grund, dass heute eben alles sehr, sehr schnelllebig ist, also das heißt, man hat nicht mehr, also früher gab es eine ganz andere Nachhaltigkeit bei Kommunikationsideen, und wenn ich so einen Satz, so eine Headline halt drei Tage lang umformuliert habe, bis sie richtig gut aussah und richtig gut klang und ein schönes Versmaß hatte, also die Zeit ist heute nicht mehr da, also ist längst die zehnte Aufgabe entstanden. Welche Sätze sind das für dich von dir, wo du sagen würdest, da ist mir dieses, da ist es mir doch ganz gut gelungen? Also wie gesagt, ich habe immer darauf geachtet, dass die Optik von einem Satz gut ist, also ich habe, sondern es gibt für mich eben auch hässliche Sätze oder vielleicht etwas tiefer gegriffen, für mich ist ein Satz ist für mich ein Wort, das sich mit Freunden trifft. Also ein Wort, wenn sich ein Wort mit Freunden trifft, dann entsteht ein Satz und wenn das besonders gute Freunde sind, die sich mögen, dann entsteht ein schöner Satz oder wenn es spannende Freunde sind, dann entsteht ein interessanter Satz. Das ist mein, so denke ich über Texte nach, das heißt also jedes Wort spielt eine Rolle und jedes Wort hat seinen Platz und so weiter. Also ich habe ein sehr liebevolles Verhältnis zu Sätzen, zu Texten, allerdings zu kurzen Sätzen, also kurzen Formulierungen, das ist ja mein Thema, ist ja Verdichtung und nicht. Und naja, eben da habe ich wie so ein Architekt an so einer Zeile gebaut und mir war auch immer wichtig, dass der Fluss von so einem Satz gut war, dass das eben so einen Rhythmus hat. Und welche Sätze sind das für dich? Von dir selbst? Also ich erwähne immer, ich habe jetzt ein paar im Kopf, die ich erwähnen könnte, aber ich mag nicht diese alten Kamellen, das sind halt diese alten Slogans oder alte Headlines, die ich gemacht habe, das ist halt immer auch sehr alt. Ja, also und du sagst dir nicht, weil du, also warum fällt dir das schwer oder magst du das nicht? Also ich will dich da gar nicht zu nötigen, aber warum ist das auch ein Thema von Alter zu merken, meine der letzte super Satz mit den besten Freunden, der ist schon so lange her und das will ich jetzt gar nicht so aufwärmen oder die Rolling Stones, ich meine, Mick Jagger hat mal gesagt, irgendwie mit so und so, dem und dem Alter will auf keinen Fall mehr Satisfaction spielen, er hat sich jetzt nicht unbedingt dran gehalten, ich glaube, er wollte, ich glaube, es war Indie 40, der sagt irgendwas mit 40 und noch was, auf keinen Fall will er das noch spielen. Kann ich gut verstehen, ja klar. Aber er spielt es noch, also er spielt Satisfaction immer noch als Song. Hat das damit zu tun, dass du sagst, du möchtest nicht so eine Evergreen? Genau, es kann sein, dass ich da irgendwann drüber bin, also dass ich in 10 Jahren dann so diese alten Kamellen nochmal ausbreite und sage, von mir stammt der großartige Satz, so und so, aber im Moment habe ich keinen Spaß dran, weil das ist einfach alte, das ist alt. Ich nehme mal einen Satz, wenn ich darf, darf ich einen Satz nehmen? Ja, natürlich. Der ist geil, ist geil. Der ist von dir? Das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht, weil eigentlich ja, aber, also das heißt, er ist von mir, sagen wir mal, verantwortet und ausgewählt, zum Kunden getragen, ob er auch von mir geschrieben ist, kann ich heute nicht mehr sagen, weil das sind, diese, diese Slogans entstehen eben in einem längeren Prozess, wo eine Reihe von Textern schreiben viele Möglichkeiten auf, also machen Listen und dann schaut man sich die Listen durch und bildet eine Shortlist und aus dieser Shortlist wird dann nochmal eine Shortlist und so, also das heißt, man, es ist ein recht aufwendiges Auswahlverfahren und am Schluss steht da ein Satz, also am Schluss tippt man auf einen Satz und definitiv bin ich der, bin ich derjenige, der diesen Satz entdeckt hat, aber ob ich ihn auch geschrieben habe, da bin ich nicht sicher, es kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht schwören. Wir haben ja erst über dieses Verknöcherte gesprochen und da haben wir über die High Heats kurz geredet, wenn man jetzt so einen Satz über die High Heats, über die hochhackigen Schuhe von den Frauen und diese Slogans, die sind ja auch, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt, Geiz ist geil, also 2022, ist das ja eigentlich schon ein ziemlich schwieriger Satz unter Umständen, also weil das ist jetzt, eigentlich brauchen wir das Gegenteil von Geiz und manche Sachen sind in der Zeit auch überholt, also manche Sachen kann man auch heutzutage nicht mehr sagen, da sind wir viel, viel weiter, wir sehen auch, wie sich Werbung verändert, wie sich Bilderwelten verändern, spielt das eine Rolle auch von, das guckst du manchmal zurück und denkst so, boah. Ja, doch klar, also inhaltlich ist Geiz ist geil in der Tat überholt und es ist schon so, dass sich, es gibt ja immer wieder mal die Frage, ob Werbung Zeitgeist prägt oder sich nach dem Zeitgeist richten sollte, in aller Regel sollte sich Werbung dem Zeitgeist anpassen oder anlehnen und manchmal ist es umgekehrt, also manchmal geht Werbung voraus, in dem Fall jetzt sicher nicht und in der Tat damals passte dieser Satz, er traf einen Nerv und passte auch für diese Marke, also er hat für die Marke sehr viel getan, er hat sie aus dem Schatten, das ist ja praktisch Mediamarkt und Saturn sind ja ein Unternehmen, also eine Unternehmensgruppe und Saturn stand immer ein bisschen im Schatten von Mediamarkt, weil Mediamarkt hatte immer die lautere Werbung, die präsentere Marke und so weiter und Saturn, also dieser Satz hat Saturn praktisch auf Augenhöhe gebracht, also so gesehen war der sehr wirkungsvoll im Sinne des Auftraggebers, wurde aber auch verteufelt natürlich, also namentlich vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der meinte da mit dem Satz hätten wir uns keinen Gefallen getan, sondern der hätte also die Wirtschaft stark belastet, da gab es viele auch Wirtschaftsführer, die mich mehr oder weniger beschimpft haben für diesen Satz, ich glaube nicht, dass ein Werbeslogan diese Kraft hat, sondern ich glaube eher, dass er einer Atmosphäre einen Namen gegeben hat, also er hat quasi ein Gefühl benannt, ein Zeitgeist, ein Zeitgeist, genau, einen Slogan verpasst, aber er hat diesen Zeitgeist nicht, also das war nicht so, dass Menschen diesen Satz gelesen haben und gesagt haben, oh, prima Idee, also bin ich jetzt von heute an geizig, nee, also das, da würde sich Werbung überschätzen, glaube ich. Und damals gab es auch eine andere Form der Schnäppchenjäger Mentalität, fand ich, also es war damals noch was anderes. Wie schaust du, also wir hatten das erst schon gehabt, das Thema Werbung oder Werbebranche, es gab von 2010, die Horizont hat das mal geschrieben, da stand dann, Headline war, nur Versicherung, noch unbeliebter als Versicherungsmanager ist der Werber, in der, wie Menschen auf diesen Beruf schauen und du machst Werbung, wenn man jetzt auch 2022 guckt, wir haben schon kurz über Konsum gesprochen und eigentlich das, was die Welt ja jetzt braucht 2022 und nach vorne geguckt, ist auch wie jeden Fall nicht mehr Konsum, sondern komplett das Gegenteil. also wir müssen eigentlich eher zu deinen Eltern zurück und sagen ganz, ganz wenig. Ist Werbung eigentlich noch zeitgemäß? Also ist das noch eine Branche, wo man sagt, ja, das kann man ohne schlechten Gewissen machen? Das ist eine gute Frage. Also ich sehe Werbung jetzt nicht unbedingt nur in der Funktion Konsum anzutreiben, sondern nicht zuletzt auch in der Funktion Konsum zu kanalisieren oder in die richtige Richtung zu bringen. Das heißt, es gibt ja im Moment von Unternehmen auch sehr, sehr große Kommunikationsbemühungen praktisch Nachhaltigkeitsthemen zu besetzen beziehungsweise zur Nachhaltigkeit anzuregen und so weiter. also so gesehen finde ich, also die Werbung ist ja ist an der Stelle schon sehr unabhängig. Werbung ist letztlich Kommunikation und Kommunikation wird immer eine Bedeutung haben. Also ich sehe jetzt nicht die Werbung am Ende oder am Anschlag oder so, weil Werbung ist am Ende ein wesentliches Mittel, um das Rad der Wirtschaft am Laufen zu halten zu halten und die Wirtschaft wird sich weiter drehen und die Wirtschaft ist wichtig um für jetzt nicht zuletzt für Arbeitsplätze für alles mögliche und also ich mache mir keine Sorgen, dass da irgendwie jetzt, dass man irgendwann sagt, ja jetzt brauchen wir keine Werbung mehr, jetzt muss es was anderes geben, glaube ich nicht. Und wie schaust du darauf, also gibt es sowas, also du bist jetzt ja vielmehr als Künstler tätig oder überhaupt als Künstler und ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und da sind, da gibt es zum Beispiel eine Lammeninstallation, die eigentlich aus, das ist ein bisschen Recycling, also das ist gar nicht, da gibt es Mistgabeln, da gibt es eine Wäschetrommel und die die werden sozusagen sehr kunstvoll wieder zum Leben erweckt und kriegen eine neue Bedeutung und eigentlich ist das, dachte ich krass, das ist ja eigentlich, das ist sehr jetztig, also das ist jetzt, also man braucht jetzt nicht unbedingt eine neue Lampe kaufen, sondern man kann eigentlich Sachen nehmen, die es schon gibt und Mistkabeln braucht man jetzt nicht mehr so dolle, aber die kann man für sowas eben nutzen und dann kann man die gold ansprühen und dann ist das ein schönes Objekt, was man auch zu Hause gerne stehen hat und auf der anderen Seite, wenn man sich dann anguckt, was Werbung natürlich auch macht, sind also so ja ganz oft Produkte, die man doch nicht unbedingt braucht, also ich interessiere mich für Kameras und das weiß natürlich der Algorithmus relativ schnell und eigentlich brauche ich keine neue Kamera, aber relativ schnell kriege ich immer wieder und dann denke ich, ja, vielleicht sollte ich ja doch und naja und irgendwann schwacher Moment mache ich es dann vielleicht, obwohl ich es gar nicht brauche. Eigentlich ist es ja nicht gut, eigentlich ich habe eine Kamera und ob das jetzt alles so nachhaltig hergestellt ist, sei dann auch mal überprüft oder das neue iPhone, aha, jetzt der Genre Media, der hat jetzt irgendwie ein anderes Telefon, aber es ist toll, vielleicht bräuchte ich das auch bestimmt eine gute Kamera dran und obwohl meins noch funktioniert, sagt mir die Werbung, mit dem machst du noch bessere Fotos und es ist noch geiler zu telefonieren, aber wir wissen, die Herstellung von iPhones und anderen Handys weder menschenfreundlich noch umweltfreundlich nix, also es ist eigentlich eigentlich Quatsch. Gibt es sowas wie ein schlechtes Gewissen, was du hast, was diesbezüglich? Also wie du siehst hier, ich habe ein uraltes Urbei, das ist uralt, also ich selbst sündige da eher wenig, aber dieser Vorwurf, dass Werbung versucht, dir Dinge zu verkaufen, die du nicht brauchst, um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst, mit Geld, was du nicht hast, der ist uralt natürlich, also das ist praktisch jetzt nichts, es hat, also jetzt ist noch, jetzt ist die Nachhaltigkeitsdiskussion dazugekommen, die Mülldiskussion, alles mögliche, aber diesen Vorwurf gab es schon immer und jetzt kann man sagen, also der wurde auch nie, der wurde nie endgültig beantwortet, der wurde nie widerlegt oder so, ich glaube mit dem müssen wir einfach leben, also diesen Als Branche. Genau, als Branche, aber auch als Konsument, also das heißt, wie war nochmal die präzise Frage? Ich bin ja auf das iPhone gesprungen. Ob das ein schlechtes Gewissen, also wenn du, du bist ja noch Teil von Jung, von Matt und wenn ihr jetzt eine neue Werbung macht und wenn, also letzten Endes möchte natürlich, wenn ich ein Kunde bin, komme ich zu dir und eigentlich natürlich möchte ich dir einen Auftrag geben und am Ende mehr verkaufen. Nie, nie, schlechtes Gewissen habe ich nicht. Was ich nicht, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, ist, sind so Themen wie Greenwashing oder so Dinge, wo ich einfach merke, das ist nicht authentisch, das ist, das ist kein echter Wunsch, dieses Auftraggeber, sondern der möchte einfach irgendwie irgendwie bei einem Thema mitschwimmen, was gerade Hygiene-Faktor ist, was gerade angesagt ist, was gerade sein muss, aber der hat überhaupt kein echtes, das ist nicht belastbar, das Ganze. Da tue ich mich schon schwer, also das finde ich auch nicht richtig und ansonsten habe ich nie, also ich war nie und wäre auch schlecht gewesen als Werber, also ich hatte nie, ich war nie konsumfeindlich eingestellt, sondern ich habe Konsum immer als etwas Freudvolles, etwas Positives, ich finde Innovation was Tolles, also wenn dir ständig neue Kameras und neue Objektive und so weiter angeboten werden, dann denke ich, Mensch, das ist doch toll, kannst du noch schönere Bilder machen oder kannst du noch mehr Funktionen nutzen. Beklemmungen hatte ich interessanterweise nur immer vor allem in einem Fall, das war Kreditwerbung, also Kreditwerbung und wir hatten ja immer mit Finanzdienstleistern zu tun, das heißt ab und zu landete so ein Thema bei uns auf dem Tisch, das war für mich immer moralisch das Schwierigste, Leute zu animieren, etwas zu kaufen, was sie sich eigentlich nicht leisten können oder nach meiner Auffassung nicht leisten sollten, weil ich bin von meinen Eltern auch sehr kreditfeindlich erzogen worden, ich habe ja nie Kredite aufgenommen und ich finde Kredite einfach unschön. Auch für das Haus, was du in der Wohnstraße gekauft hast, Cashbar hingelegt und nee, das nicht, muss dazu sagen, das war glücklicherweise nicht mal besonders teuer, aber da habe ich schon Kredit genommen, aber auch praktisch einen Kredit, der abgesichert war, also nicht einer, der mich jetzt nachts nicht schlafen ließ, sondern das war einfach ein Kredit, das war technisch gedacht, also da gab es irgendwie so günstige Zinsen, dass es ein Fehler gewesen wäre, den nicht zu nehmen und so, aber mich zu belasten mit dem Kredit, also irgendwie etwas zu kaufen, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann, das ist heute noch für mich, das ist für mich heute noch tabu, also ich bin da auch sehr, wirklich, es ist lächerlich zu sagen, ich lebe bescheiden, natürlich lebe ich nicht bescheiden, aber ich lebe ich behaupte, ich lebe für meine Verhältnisse trotzdem bescheiden, also das, was du machen könntest, ja genau, also ich lebe immer, also manchmal wundern sich Freunde, dass ich immer in scheiß Hotels absteige oder so, die sagen, Mensch, könntest du doch, oder, oder, dass ich U-Bahn fahre. Du hast heute ein Shirt an, was wird das so auf jeden Fall, wo man könnte sagen, das hat er schon eine Weile an. Genau, das ist schon öfters gewaschen, ein paar Löcher und so können wir ein neues kaufen, aber ich bin auch bei Mode sehr zurückhaltend und klar, ich habe mir überlegt, also die Freundin sagt, bist du so geizig oder so, ja, vielleicht auch, aber ich habe mir überlegt, nee, nee, und ich habe jetzt in Hamburg, wo ich ja noch immer wieder bin, für die Firma, da habe ich eine ganz kleine Suttererwohnung, so wie eine Studentenwohnung, da wohne ich und in meinem Umfeld, so würden sich vielleicht die Leute auch wundern, warum nimmst du nichts Schönes und so, nee, ich finde wichtig, ich mag keine Fallhöhe, das heißt, ich möchte immer so leben, wie ich auch leben könnte, wenn alles zusammenbricht oder so, also ich möchte nicht irgendwie, ich finde das immer so traurig, ich hatte einen Freund, der hat immer jeden Luxus gelebt, der hatte teure Autos, alles war teuer und Motorboot und als ich ihn das vorletzte Mal getroffen habe, war das in Hongkong auf dem Flughafen und da lief jemand von Lufthansa neben ihm her und trug seinen Koffer und dachte, was ist denn das, also Koffer würde ich jetzt selber tragen und na Gott, er war halt irgendwie Hon oder irgend sowas oder ja Hon und dann lässt er dir halt den Koffer tragen und so, also es war immer alles Luxus, ein Jahr später war er pleite und dachte ich, Pech gehabt, ein paar Monate später war er tot, also unklar, wie das passiert ist, aber ich gehe mal davon aus, freiwillig aus dem Leben geschieden, unschöne Geschichte, also ich finde das und das, ich wollte nie, dieses Risiko würde ich gar nicht eingehen, also dass ich dann plötzlich irgendwie, nee, finde ich nicht schön. Das mit der Falle, das finde ich, finde ich, finde ich gut, das ist ein sehr guter Punkt, das heißt, du könntest dir auch vorstellen, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber wenn du, wenn du jetzt wüsstest, deine Frau, Schatz, du, das hat jetzt, wir haben uns irgendwie, irgendwie haben wir uns ein bisschen verhoben, Schwimmbad geht nicht mehr, wir ziehen jetzt einfach nach Hamburg und das geht auch, also in die Wohnung, das würde irgendwie gehen. Genau, das klingt jetzt, das klingt jetzt irgendwie blöd, angesichts dessen, dass wir hier ein schönes Haus haben, in Italien eine Wohnung und so, klingt ein bisschen doof, aber ich glaube, ich glaube, das ist so, also ich glaube und bin sehr froh, dass meine Frau sehr ähnlich denkt und auch sehr ähnlich ist und auch mit mir diesen Weg geht, also ich bin überzeugt davon, und wir könnten auch sehr bescheiden leben. Wir tun es im Moment nicht, weil wir es nicht müssen, aber ein Beispiel ist, also wir machen zum Beispiel Wohnmobiltouren, lange Wohnmobiltouren und das ist jetzt auch nicht der größte Luxus, sondern da wird halt jeden Tag gekocht und so und da fahren wir halt quer durch Amerika. Naja, das macht auch nicht jeder, also klar, wir können auch in ein Hotel gehen, aber es macht uns keinen Spaß. Und wenn du, also ohne das jetzt, also jetzt hast du, du sitzt ja vor mir und hast ein wirklich ziemlich löchriges T-Shirt an, also es ist mir sofort aufgefallen, als du angekommen bist und ich weiß ja auch in der Vorbereitung, dass dir eine Außenwirkung auch wichtig ist, dass es eine, wie du gesehen wirst, das spielt für dich eine große Rolle. Und warum trägst du ein löchriges Shirt? Ah, ich bin modisch nicht sehr ambitioniert, sondern ich, ähm, äh, ich habe in den Kleiderschrank geguckt, wo noch ein T-Shirt ist und wollte eher ein helles als ein dunkles und dann lag das da und das mochte ich immer gerne, so gern, dass ich es halt oft gewaschen habe und jetzt hat es halt ein paar Löcher. Das ist mir aufgefallen, als ich los wollte, dachte ich, oh scheiße, es hat ja Löcher unter den Armen und kannst du so rausgehen, dann dachte ich, ja, äh, Matze wird nicht so pingelig sein und, bin ich auch nicht, das ist ja nicht, nur auffällig, äh, das ist jetzt kein Business-Termin oder, oder auch keine Party und ich dachte, oh, das, das passt schon und kennen tut mich ja hier niemand, das ist ganz angenehm, also ich laufe hier rum, ich kenne eh niemand, also da habe ich mir jetzt nicht viel Gedanken gemacht, ich trage das einfach gern, weil die Farbe schön ist. Ja, sieht auch gut aus, also es ist nur, wie gesagt, ein, ein, auffällig, wenn man sich einmal quasi deine, das ist mir auch aufgefallen, wenn man sich deine, deine Wohnung anguckt, was man ja machen kann, man kann sozusagen, es gibt viele Geschichten auch darüber und dann sieht man ja auch, dass da alles andere als Nachlässigkeit irgendwie waltet und, und deswegen ist, als Ankampf war ich so, das ist, das ist ein interessanter Knacks im, im Bild, das ist, ähm, also wir haben erst zusammen hier sozusagen, Wahnsinn, was ist denn das für eine Wohnung, das ist ja irre, ähm, und, äh, aber das, das ist ein guter, äh, guter Gegenlauf zu dem, was man so sonst sieht. Aber, aber Gegenlauf, äh, weiß ich gar nicht, weil, also vielleicht muss man wirklich mal zu uns nach Hause kommen, weil die Wohnung ist ja nicht, oder, ich fände es traurig, wenn unsere Wohnung als Luxus verstanden würde, oder als Perfektion, ja, sondern, die Wohnung ist erstens sehr eklektisch, also das sind ja tausend, also viele Stile gemixt, nichts passt zum anderen, und die Wohnung ist voller Ideen und voller Storys, ne, also alles hat eine, ne, alles, jedes Element hat eine Geschichte, jedes hat irgendwie ein, 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 eine, ein Werdegang, ähm, und so weiter, aber es ist nichts, äh, und natürlich ist es, Sonderanfertigungen sind immer teuer, also so gesehen kann ich jetzt nicht sagen, das war eine preiswerte Sache, aber, es ist nichts, jetzt, äh, herkömmlicher Luxus, also kein goldenes Klo oder irgend sowas, sondern es ist einfach ungewöhnlich und überraschend, und, ähm, so wird es glücklicherweise von, von Leuten, die bei uns zu Hause sind, so wird es auch wahrgenommen. Warum ist dir das, also, ich, ich will nachher nochmal kurz zu der, zu der Werbung, äh, und so eine aktuelle Werbung kommen, ähm, ähm, jetzt sind wir gerade bei der Wohnung, und, und so ein bisschen bei dem Selbstdarstellen, ähm, du hast, als ihr in das Haus gezogen seid, in der Brunnenstraße, das ist ein bekanntes Haus, deswegen kann man das auch sagen, äh, warst du vor dem Haus mit deiner Frau, und die Frau sagte, Mensch, da haben wir ja wirklich das, äh, das herunterkommendste Haus in der ganzen Straße gewohnt, äh, gekauft, ja, und du sagtest ihr, ich, ich, ich mache es zum meistfotografiertesten der Stadt, und hast darauf einen Spruch gemacht, äh, der sehr ikonisch geworden ist, dieses Haus stand einmal in einem anderen Land, hab ich das richtig gesagt, den Satz? Dieses Haus stand früher in einem anderen Land. Ja, weil das früher ist, äh, ist mir untergegangen, hab ich verflückt. Genau, auch, auch an dem Satz, also, ähm, in der Tat, ich war bedrückt, weil meine Frau, weil wenn man ein Haus kauft, man kauft ja nicht, ja, nicht oft, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus gekauft, und wenn dann die Frau sagt, wir haben das hässigste Haus, eine Straße gekauft, ich war bedrückt, und hab dann spontan diese Versprechen gemacht, und hab dann aber wochenlang überlegt, was schreibt man in Berlin Mitte auf ein Haus, dass es, dass die Leute es fotografieren, dass es, dass es etwas Emotionales auslöst, dass es nicht irgendwie nur eine nette Idee oder schöne Bemalung ist, sondern dass es eine Geschichte erzählt. Und so entstand dieser Satz, und auch dieser Satz, also wenn du dir das Haus anguckst, das ist nicht, da hab ich gefummelt, gefummelt, bis das ein perfekter Umbruch war. Das sieht man auch, ja. Genau. Und, was war nochmal die Frage? Ja, da komm ich noch, und zwar, dann geht's, also es ist sozusagen, das haben wir draußen, wenn wir reingehen in die Wohnung, was ich gesehen hab, da gibt es nicht ein Schlafzimmer, sondern es gibt das Schafzimmer, weil da Fotos von Schafen sind. Wenn man aufs Dach wiederum geht, das ist auch ikonisch und auch schon oft beschrieben, hast du den Busen deiner Frau abgebildet, und das macht sozusagen das Dach, also wenn du oben drauf guckst, sieht man einen Busen deiner Frau. Und auch da, mit dem Gedanken, Google schaut immer sozusagen die Häuser von oben an, das wäre doch, also Google Maps, das wäre doch irgendwie lustig, wenn dann sozusagen das zu sehen wäre. Nicht lustig, wichtig. Wichtig, wichtig. Nicht lustig, also, naja, das war wirklich, ich dachte, weil ich sehr oft auf Google Maps unterwegs bin, auf Google Earth, und, und immer dachte, Mensch, Städte sehen von oben wahnsinnig langweilig aus, und irgendeiner muss einen Anfang machen, und warum nicht wir? Aber ich mache jetzt einen Anfang, und wir machen, und ich habe dem Architekten gesagt, du, ich möchte das spektakulärste Dach in Berlin haben. Warum, Jean-Rémy? Also warum? Es ist, ja, aber du sagst, das ist irgendwie Selbstdarstellung, am Ende vielleicht schon, aber es ist einfach die Lust an Ideen, weil wir haben uns mit der Wohnung hier in Berlin, wir haben uns da nichts vorgenommen, also wir haben, also ich muss dazu sagen, also ein ganz wichtigen Part, also ein überproportional wichtigen Part, ist meine Frau. Ich glaube, ich habe noch von meinem komischen Monster, also meine Frau ist wesentlicher Teil dieser Wohnung, ohne meine Frau wäre die nie so geworden, insbesondere hat sie mich oft, wenn ich den Sparstrumpf anhatte, und irgendwie beispielsweise bei ihrer Kaminidee habe ich ihr gesagt, du, so einen ähnlichen, als sie mir den Vorschlag vorlegte, habe ich gesagt, du, so ein ähnliches Ding habe ich heute bei Obi gesehen und wollen wir nicht den nehmen? Also sie hat mich immer animiert, nee, der muss gebaut werden und so, also meine Frau war extrem wichtig für die Wohnung und wir haben das gar nicht gewollt, was da jetzt entstanden ist, sondern es war einfach die Freude, jetzt können wir mal eine Wohnung selber einrichten und zwar auch, also nicht nur Möbel hinstellen und Bilder hinhängen, sondern wir können auch überlegen, wo ist die Treppe und wo geht die, wo führt die hin, wo ist der Dach, die, die Dachterrasse und so, also wir können auch architektonisch machen und da ist, ich behaupte immer, es ist für mich schwieriger, eine Idee für mich zu behalten, als sie rauszulassen, also das heißt, es ist, es ist einfach die Lust gewesen, so ein paar Ideen umzusetzen und das Dach, da war auch die Lust an Provokation dabei, weil ich dachte, natürlich, dachte ich, oh Gott, da werden die Leute, da werden die Leute reden und das wird irgendwie kontrovers und so weiter, aber ich dachte, ja, mach es einfach mal, was hinter sich. Das ist auch passiert, also es wurde ja auch kontrovers gesprochen, aber die meisten Menschen, die ich kenne, die in irgendeiner Form eine Berühmtheit sind und das bist du ja, dann sind eigentlich immer ganz doll bedacht, also gerade, wenn sie berühmt sind, da sollte man bestens gar nicht wissen, wo sie wohnen, außer es ist vielleicht Hollywood, da fährt man dann mit dem Auto vorbei, aber in Deutschland ist es eine wahnsinnige, also auch sozusagen, es soll ja bitte niemand wissen, dass wer hier vielleicht eine Million verdient, weil wir erst bei Ronja von Rönne waren, also das ist ja eine unglaubliche, dann kommt man manchmal an Wohnungen rein und denkt sich, heiliger bin man, was für eine schöne Wohnung und hier ist viel Kunst und so weiter und so fort, aber das findet sehr, sehr hinter verschlossenen Türen statt und bei dir ist es ja sozusagen, also da ist ja auch an Google gedacht, dass Google auch Spaß dran hat, wenn man von oben drauf guckt, also deswegen habe ich mich gefragt, woher das kommt, dass du das so teilen willst, dass das innerlich als ein Kreativer unbedingt das, was er in sich trägt, ausdrücken muss, das ist vollkommen klar, also das, das kenne ich keinen Kreativen, bei dem das nicht so ist. Ich behaupte, das ist so entstanden, also es gab nämlich nicht den, also es gab nicht den Vorsatz, also ich kann mich nicht erinnern, jetzt bauen wir mal eine Wohnung, wo alle staunen und wo sich jeder reißt, darum reißt, bei uns Gast zu werden oder so, sondern wir hatten einfach beide ihren Spaß, das zusammen zu gestalten. Und dann möchtest du es auch teilen. Genau, und am Schluss ist etwas entstanden, auch ein bisschen mit Glück, weil wir haben ja keine Ahnung von Innenarchitektur oder so, das ist ein völliges Neuland für uns, aber am Schluss ist etwas entstanden, was irgendwie offensichtlich eine Magie, eine bestimmte Magie hat, weil ich habe das Wort Wow nie so oft gehört, wie bei Leuten, die bei uns in die Wohnung kommen. Das hat eben auch mit der Überraschung zu tun, dass man da an einem fiesen Hinterhof vorbei, an Mülltonnen, Taubenkacke und so weiter, plötzlich geht die Tür auf und du stehst in so einem großen, hohen Wohnzimmer mit Blick im Park. Da sagen die Leute Wow oder sie sagen Fuck oder sie sagen gar nichts oder sowas, aber es scheint irgendwie ein besonderer Moment zu sein. Was macht dieses Wow mit dir, wenn du das hörst? Also das Wow ist ja auch ein bisschen, wenn ich sozusagen, wir haben erst diesen Spruch gesagt, Geiz ist geil. Also wenn man eine Kreation sieht, das hat die Werbung früher meines Erachtens besser hinbekommen und man denkt sich, leider geil. Ja, ja. vom Deichkind-Song, ja, und das ist ja auch so ein, also das ist bei Werbung früher ganz oft gewesen, fand ich, dass man so denkt, ach, Geiz ist geil, fürchterlich von der Haltung, aber leider geil. Und dann jetzt in eine Wohnung, wo man sagt dann eben auch Wow. Was macht dieses Wow bei dir? Also was, ist das dann der Moment der Zufriedenheit kurz? Ja, eher positiv. Also ich freue mich, dass die Leute es besonders finden. Das, doch, das schon. Also dann denke ich, haben wir irgendwie zusammen schön hingekriegt. Wie gesagt, wesentlich, meine Frau, also ohne meine Frau hätte es die Wohnung so nie gegeben, weil sie hat alles, was irgendwie schön ist, was besonders ist, ist von ihr gesteuert worden. Von mir kamen jetzt eher so die grob architektonischen Ideen oder auch die Idee, ein Auto ins Wohnzimmer zu stellen oder so, das war jetzt auf meinem Mist gewachsen, aber alles, was Formen, Farben, Materialien oder so, war eben meine Frau. Und irgendwie ist da was entstanden, was mich freut. Wir leben dort auch gerne, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein musealer Raum, den man gern vorzeigt, sondern wir kommen gerne nach Hause und verbringen sehr gerne Abende dort zusammen. Ich habe das aber, weil ich in der Vorbereitung dieses Unzufriedenheit, dieses Mantra, so gelesen habe. Das war für mich, für unsere Begegnung heute so das Wichtigste herauszufinden, was ist denn das, was dich dann zufrieden macht? Also wenn du, wir haben erst diesen Plan B und so weiter und so fort, aber ich höre so ein bisschen raus, dass dieses Wow, dass das der Moment ist, wo du sagst, also wo du sowas hast wie eine Zufriedenheit. Ja, schon, klar. Also das ist, ich denke, im Leben eines Kreativen, im Leben eines Künstlers, ist also die Bestätigung vom Publikum, also der nicht enden wollende Applaus oder der überhaupt anfangen wollende Applaus, ist natürlich, ist natürlich, ja, schafft Zufriedenheit. Es gibt ja auch den nicht anfangen wollenden Applaus. Welcher ist das? Das ist, wenn man was geschaffen hat und man stellt fest, scheiße, niemand findet es gut, keiner, keiner mag es, irgendwas hast du falsch gemacht, irgendwie lagst du daneben. Wann ist dir das passiert? Im Beruf sehr, sehr oft, dass ich mich in eine Idee verguckt habe oder irgendetwas ganz toll fand oder geradezu genial fand und dann zeige ich es vor, intern oder einem Kunden oder es wird sogar produziert und ich stelle vor, es funktioniert nicht, niemand klickt. Bist du der härteste Kritiker oder sind andere die härteren Kritiker, Kritikerinnen? Nein, das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Also für mich war, ich bin ein Feedback-Junkie, also ich finde, für mich war Kritik immer wahnsinnig wichtig. Ja. Ich habe immer sofort gefragt, also mir war immer wahnsinnig wichtig, wie finden andere eine Idee, weil gerade in unserem Gewerbe, also in der Werbung, Ideen, die man selber, also was man selber gut findet, ist völlig irrelevant, sondern entscheidend tut das Publikum und nicht der Schöpfer. Ah, verstehe ich. Inzwischen ist es ein bisschen anders, also bei, jetzt, obwohl ich immer noch so denke, also jetzt auch bei meinen künstlerischen Projekten, mag mich nicht Künstler nennen, weil dazu ist es noch, da muss ich noch eine Wegstrecke hinter mich bringen, aber bei meinen Projekten, ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn, wenn sie Feedback, also wenn, wenn das Feedback gut ist, wenn die Leute es interessant finden und so. Aber da stehe ich noch am Anfang. Was machst du nur für dich? Also auch Schaffendes, also das, ich nehme jetzt an, Zähneputzen, das und so, das sind so Sachen, die man so, also jetzt nicht die, aber so, gibt es etwas Schaffendes, wo du sagst, das ist meins, das ist so mein. Nur für mich? Uninteressant. Nur für mich? Nee, witzlos. Ja. Ja, glaube ich schon. Wir sind am ersten so ein bisschen über die Werbung gesprochen und was ich beobachte, das ist nur meine Beobachtung und deswegen bin ich gespannt, wie du das so siehst, also mir ist schon lange keine Werbung mehr so hängen geblieben, wie Werbungen früher hängen geblieben sind. Wir haben auch schon, du hast so ein bisschen erzählt auch von diesem Ganzen, was, es wird diversifiziert, es wird Werbung, nicht mehr alle hängen vorm Fernseher, sondern auch vor den Handys und so weiter und so fort. Das ist das eine und gleichzeitig habe ich so das Gefühl und das teile zum Beispiel Dominik Chaya von Dojo auch mit mir, dass es eigentlich ein bisschen mehr Mut bräuchte jetzt gerade und ich denke die Befürchtung, dass viele gerade so Angst haben, irgendwas Falsches zu machen. Du hast auch, da gibt es jetzt bestimmten Shitstorm, wenn man sowas sagt, also das schwingt so mit und ich habe manchmal das Gefühl zumindest, dass das gerade so eine Zeit ist, die sehr vorsichtig ist. Ich finde sprachliche Vorsicht total richtig, also das ist Achtsamkeit und so, aber irgendwie kreativ, vielleicht liegt es auch in meinem Alter, 42, aber so richtig wow, sage ich seltener bei so Kampagnen oder bei Sachen, wo ich denke, da hat sich aber jemand mal rausgetraut, meine Güte, ist das jetzt was? Wie geht es dir da, wenn du das? Mir geht es genauso, da gibt es mehrere Aspekte, einer ist natürlich, dass Werbung und Kommunikation grundsätzlich kurzlebiger geworden ist. Also ich behaupte immer, jedes Tattoo-Studio schafft nachhaltigere kreative Ergebnisse als eine Werbeagentur, also es ist alles ist sehr schnell lebig und sehr schnell man merkt sich sehr schnell, aber dann ist es sehr schnell wieder weg, aber ich glaube fast wesentlicher ist das, was du ansprichst, das Thema Mut und in der Tat ist das Eis ist sehr rutschig und dünn geworden, auf dem man sich bewegt als kreativer Mensch, der Shitstorm lauert an allen Ecken und ich finde am deutlichsten wird das bei Kabarettisten, also ich denke heute, also ich bin, also werbe noch ganz gern, aber irgendwie Kabarettist möchte ich heute nicht mehr sein, weil die, es gibt so viele, also du bist umringt von Fettnäpfchen und das, was eben Kabarett klassischerweise interessant oder witzig macht, eben das über die Grenzen hinausgehen oder auch mal etwas politisch Unkorrektes oder sich über jemanden lustig machen, man erlebt, was das bei der Oskarverleihung auslöst, das ist heute fast nicht mehr möglich, also man traut sich nicht mehr dies und jenes zu sagen oder einen Witz über dieses und jenes zu machen und da haben wir schon eine ganz, ganz schwierige Zeit erwischt. Werbung ist davon auch tangiert, ich habe vor kurzem aus irgendeinem Grund, normalerweise mache ich sowas nicht, habe ich in alten Sixt-Motiven gewühlt, ich suchte was und habe dann uralte Sixt-Motive von vor 30 Jahren, von vor 20 Jahren angeguckt und so, war einerseits begeistert, weil ich dachte, Mensch, tolle Ideen und da waren so Flughafenposter mit tollen Zeilen und alles frech, vieles provokant und bei jeder zweiten Idee habe ich mir gesagt, oh, das können Sie heute nicht mehr machen, also völlig unmöglich, also so daneben, also das, also wir hatten einmal ein Motiv, das war ewig her, also damals war das noch irgendwie witzig oder auch nicht, aber aus heutiger Sicht ist es völlig daneben, da war irgendwie unser, unser Angebot zum Weltfrauentag, das Auto, das sich an der Ampel selbst abwürgt, also es war, da hatten sie neue Autos mit, wie nennt man das, wie bei der, wenn du, wenn du anhältst, ja, also so, der Motor ausgeht oder irgend so, also, Automatik, ja, meinst du Automatik? Nee, wenn du bremst an der Ampel geht der Motor aus, ja, es gibt einen Begriff, aber ich weiß ja auch nicht, genau, und, na Gott, das ist eine fürchterliche Idee aus heutiger Sicht, aber das war, ist ewig her, also es war vor, was weiß ich, 25 Jahren oder so und, ich erinnere mich, da war das halt noch irgendwie witzig oder, oder, oder okay oder so weiter und so weiter, aber heute, also es sind so viele Ideen damals entstanden, die du aus den oder den Gründen einfach nicht mehr machen kannst oder auch, was die SUVs angeht, die natürlich, wo wir eben dafür geworben haben, einen Ausflug ins Grüne zu machen oder, oder ins Gelände zu machen oder so, also alles, so viele Sachen, die halt nicht mehr gehen und es ist wirklich eng geworden, die Angst vorm Shitstorm ist sehr präsent, keiner möchte das, kein Manager möchte einen Shitstorm riskieren, ich persönlich behaupte immer, dass der Shitstorm ist etwas sehr Positives, weil er zeugt von einer Gesellschaft, die keine wichtigen Probleme hat und ich sage dann immer, in, in, in Syrien, Eritrea und Honduras, da gibt es keine Shitstorms, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dort Shitstorms gibt, sondern Shitstorms gibt es hier in Deutschland, wenn eine Schulklasse in Köln ein Lied singt, meine Oma, was war das nochmal, meine Oma ist eine Umweltsau oder irgend sowas, dann gehen die Leute auf die Straße, da gab es sogar Prügeleien und so weiter. Der Intendant sollte abgesetzt werden oder wurde sogar abgesetzt, also es gab so richtig, es gab so richtig Alarm. Genau und, und Shitstorms gibt es nur in Ländern, wo die Welt in Ordnung ist, wo, wo, wo die Gesellschaft keine echten Probleme hat, sondern nur solche Probleme mit Kinderliedern und so, also an der Stelle ist ein Shitstorm zeugt von einem, von einer intakten Nation. Das ist doch eine, das ist doch meine Headline hier. Und ist das als Kreativer, ist die Beschränkung, die das ja auch mit sich bringt, ist die eigentlich, ist die dann beflügelnd, weil man merkt, man muss dann nochmal, man kann nicht sagen, wir spielen kein Golf, sondern müssen eigentlich B, C, D und, und Z, oder ist das einengend und, und nimmt eben ganz, ganz viele B, C, Ds und Zs weg? Ja, jetzt, also nach, nach meiner Definition müsste ich jetzt sagen, das ist eher beflügelnd, also quasi auf, auf engem, engstem Raum ein Tor zu schießen, das ist irgendwie etwas, was anspornt und was, eben motiviert, aber ich glaube, also ich möchte nicht tauschen mit den Kreativen, die heute an der Front stehen und eben mit diesen ganzen Beschränkungen und Fettnäpfchen leben müssen und Ängsten, die es im Moment gibt. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das, also ich glaube, irgendwann wird wieder eine Lockerung eintreten, weil im Moment habe ich den Eindruck, die Welt bewegt sich auf einen Punkt hin, der einfach völlig freudlos wirkt. Wie erlebst du das in deiner Branche dann auch, also wenn du in Hamburg bist bei Jung von Matt und da so durch die Gänge läufst und da ist ja, ich war vor vier Jahren mal da, also das sind, das sind junge, hippe Menschen, die alle sehr, sehr arbeitsam sind, wie merkst du da diesen Wandel, also merkst du das auch in den Ideen, die du da bekommst, merkst du das, sind das andere Menschen, als das früher waren, also ich merke das bei uns in der Firma, wenn jemand bei uns anfangen will, da ist sozusagen die 40-Stunden-Woche, das wird eher gelacht oder geschmunzelt und ich merke eine ganz andere andere Art der Kultur, andere Selbstverständlichkeit, es ist nicht mehr so, dass ich derjenige bin, der sagen kann oder mein Partner, ach Mensch, wir wählen mal schön aus, sondern es ist schon so ein bisschen, es wäre schon schön, wenn du auch bei uns anfangen würdest, also es hat sich sehr gedreht in dem, was ich aber persönlich gut finde, also ich kenne sozusagen noch Eltern, die über cholerische Chefs sich beschwert haben, aber jetzt hast du, glaube ich, kann man sich das gar nicht mehr, also werden, sagen die Leute dann halt, nö, dann gehe ich halt zu all den anderen Möglichkeiten, die ich habe. Wie erlebst du das in der Kulturveränderung auch bei euch in der Firma, die ja auch Werbung dafür bekannt ist, die Nächte durchschrubben, du hast auch selber mal gesagt, Work-Life-Balance, das siehst du nicht so dolle, aber da kann man sich, also wenn man jetzt so jung von Matt anguckt, aus Berlin habe ich das jetzt gesehen oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Berlin war, aber da sehe ich auf Instagram, da sind eigentlich mehr, wir suchen Leute als, wir haben hier eine neue Kampagne gerade, also so eine, eigentlich, dass man das gar nicht mehr so, dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig geht. Also den Druck gibt es, ich denke nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein, es gibt sehr viele offene Stellen und wie du das eben auch beobachtest, also man ist eher heute in der Rolle, dass man sich beim Bewerber bewerben muss, als umgekehrt. Work-Life-Balance, spezielles Thema natürlich, also da hatte ich mich auch schon mal mehr oder weniger in die Nesseln gesetzt, aber ich bleibe bei meiner Auffassung, dass im Kreativ-Business, also wenn du als Kreativer Work nicht als Teil deines Lebens betrachtest, dann bist du eh falsch, sondern egal, ob du Musiker bist oder eben, oder Künstler oder Kreativer in der Werbeagentur oder Journalist oder Architekt, dann muss die Werbung eben auch so viel Spaß machen, dass du sagst, das ist mein Leben, dieses Haus zu zeichnen oder diese Wohnung einzurichten und wenn das nicht so ist, dann bist du wahrscheinlich falsch, darum ist dieser harte Work-Life, also diese Trennung, die mag sein, bei einem Bürojob oder bei einem Verkäuferjob oder wo auch immer, aber im Kreativ-Beruf schwer zu trennen. Weil man jetzt natürlich sagen kann, es gibt schon einen Unterschied, ob du, keine Ahnung, ein Künstler, eine Künstlerin bist, die, was du jetzt auch machst, zu Hause sitzt oder im Atelier sitzt und die Sachen macht und sagt, ich bin, ich drücke mich aus, ich kreiere die Wohnung und dann gibt es aber auf der anderen Seite ist, wir haben hier eine Kampagne für McDonalds und vielleicht bist du noch Vegetarier und dann ist es sozusagen, die Nachtschicht fällt dann natürlich nochmal schwerer. Klar, nee, das ist jetzt auch nicht ganz fair gewesen, da den Musiker und den Künstler dazu zu packen, aber ich meine, damit Kreativindustrie und kreativer und natürlich ist kreativer Dienstleister, was man ja letztlich ist in der Werbung, das ist dann natürlich schon eine etwas andere Disziplin als Musiker. Wenn du das heute nochmal machen würdest, also wenn du heute nochmal eine Firma gründen würdest, du hast erst gesagt, Jungformat ist dein Lebenswerk, was würdest du anders machen? Also aus so einer, man blickt ja auch zurück mit einem ganz anderen Wissen und vielleicht bin ich jetzt, ich weiß ja, dass Dojo und ihr auch eine gemeinsame Geschichte zum Beispiel hat, Freunde von uns und wir haben es ungefähr zur gleichen Zeit angefangen mit Vergnügen und Dojo, das waren ähnliche Zeiten und wenn da jetzt wieder so eine junge Firma kommt und eine junge Werbeagentur kommt, was würdest du denen aus deiner Sicht jetzt raten? Also ich würde es natürlich komplett anders machen heute, das ist klar, in jeder Beziehung, also quasi von den Räumlichkeiten, also man muss Räumlichkeiten völlig neu denken, jetzt seit Corona beziehungsweise seit Homeoffice, also haben Räumlichkeiten eine ganz andere Bedeutung, sie müssen praktisch, also die Räumlichkeiten einer Firma müssen attraktiver sein als das Zuhause, um überhaupt Menschen motivieren zu können, überhaupt noch in die, in die Firma zu gehen, ich würde eine Firma niemals mehr nach den Gründern benennen, das ist einfach Altwachsch, also das ist, daran erkennt man Firma aus den 80er, 90er Jahren, macht man heute nicht mehr so und so weiter, also jetzt, wenn die Frage so ist, was hättest du oder was bereust du heute, was hättest du anders machen wollen, also heutiger Sicht, also welche Entscheidung war falsch, da erkenne ich jetzt nicht so viel, außer, dass wir vieles unterlassen haben, weil wir den Mut nicht hatten, also wir haben viele Schritte, irgendwie war man dann doch zu ängstlich oder zu konservativ oder zu seriös, insbesondere finde ich aus heutiger Sicht schade, dass wir nie den Mut hatten, wirklich international auszurollen, das machen wir zwar jetzt, aber halt mit, wenn man so will, 30 Jahre Verspätung, aber wir hatten einfach den Mut nicht und wir hatten auch nicht die Beweglichkeit, also weder mein Partner noch ich sind perfekt Englisch sprechend, sondern wir fühlten uns immer im deutschsprachigen Raum am wohlsten und das hat uns auch ein bisschen limitiert. Warum seid ihr unabhängig geblieben? Also die meisten Werbeagenturen oder großen Agenturen, die lassen sich irgendwann kaufen. Genau. Und ihr 1200 Mitarbeitende, glaube ich aktuell, ihr seid unabhängig geblieben. Warum ist diese Freiheit, diese Unabhängigkeit so ein hoher Wert für euch gewesen? Und ist es immer noch? Naja, also weil wir einfach nicht so geldgeil sind. Also man muss es so klar benennen beziehungsweise weil die Freude am Geld viel kleiner ist als die Freude, eine Firma weiter zu gestalten und eben diese besondere Kultur zu erhalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du eine Firma verkaufst, egal welche Versprechungen dir gemacht werden, die bleibt vielleicht ein, zwei Jahre noch so, wie sie mal gedacht war. Also du kannst die Kultur praktisch noch so zwei, drei Jahre vielleicht weiter retten, aber plötzlich wird in die Kultur eingegriffen mit irgendwelchen Prozessen, Regeln mit Renditedruck, mit Wachstumsdruck und so. Also es gibt einen Wettbewerber von uns, die wurden gerade umbenannt. Also die haben sich auch verkauft vor ein paar Jahren und erst war das vielleicht noch ganz nett und haben das auch verkauft als Erweiterung und mehr Chancen und toll, aber ich bin in Kontakt mit den Leuten dort, dann merkte ich, oh, jetzt fühlt man sich nicht mehr so wohl und jetzt haben sie einen neuen Namen gekriegt. Jetzt heißen sie Song. Ich bin froh, dass unsere Agentur nicht Song heißt und auch nie Song oder auch nicht Film oder Buch oder wie auch immer heißen wird, weil wir einfach selbstbestimmt sind und unabhängig bleiben. Du hast aber erst gesagt, dass ab einem gewissen Punkt auch die Firma eigentlich dich bestimmt und gar nicht du mehr die Firma. Also du hast gesagt, erst so nach drei oder spätestens zehn Jahren ist man nicht mehr der Käpt'n, sondern eigentlich die Firma ist der Käpt'n von einem. Schon. Man ist, wo siehst du da den Unterschied? Dass der Unterschied zwischen die Besitzer, die neuen Besitzer von Song sagen dir was los ist oder die Firma diktiert dir? Es ist immer noch angenehmer, wenn die eigene Firma dich bestimmt und das bezog sich sehr auf Lebensrhythmus und Verpflichtungen und so, als wenn plötzlich ein Anruf aus Amerika kommt und dir sagt, hey, ab nächsten Monat heißt dir Song. Also das ist für mich eine Schreckensvision, muss ich sagen. Song ist ja eigentlich ein schönes Wort, also vielleicht bin ich da viel zu empfindlich. Von wem lässt du dir etwas sagen? Von meiner Frau und natürlich von meinem Partner und auch von unserem Nachfolger und von vielen und von meinen Söhnen und von den ganzen jungen Menschen in unserer Firma. Also ich lasse mir eigentlich von vielen etwas sagen. Jetzt warst du ja, bis vor wenigen Jahren warst du Werber und auch die, einer der Werbeikonen des Landes. Was würdest du sagen, hat diese Zeit mit dir gemacht? Ja, also das ist schwer zu sagen, weil ich habe ja keine, also ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich was anderes gemacht hätte. Das ist für mich klar. Aber worum hättest du? Also ich kann nur sagen, manchmal stelle ich schon fest, dass dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe in meiner aktiven Zeit, dass ich natürlich auch vieles ausgelassen habe, jetzt an schönen Urlauben oder an Reisen oder, also ich habe schon auch vieles verpasst. wenn ich so Freunde erlebe, die heute bei einer Hochzeit in sein Tropez und morgen fliegen sie da hin und dann wieder Malediven und so weiter, also die einen ganz anderen Jahresrhythmus haben, als ich immer hatte, sondern ich habe halt sehr viel gearbeitet. Da denke ich schon, oh, oh, da ist einiges verloren gegangen. Jetzt, gut, jetzt habe ich ja die Zeit, jetzt kann ich das machen. Und, aber ich kann nicht sagen, also was die Zeit jetzt gemacht hat mit mir, also die hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und bin jetzt nicht todunglücklich und auch nicht traurig, dass ich nicht mehr dabei bin, sondern ich erlebe mich im Moment eigentlich als sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich freue mich über das Mehr an Zeit, was ich habe. Ich freue mich, dass ich morgens keine Termine, es gibt ja die schöne Definition von Harald Juncker, was Glück bedeutet, keine Termine und leicht einen Sitzen, da ich nicht trinke. Ich glaube, das mit dem Sitzen nicht, aber auch keine Termine ist schon mal ganz gut. Ich sitze morgens im Bett, mache meiner Frau einen Kaffee und dann lesen wir so ein bisschen im Netz und das ist also eine coole Zeit. Welche Rolle spielt die Deadline in deinem Leben? Du meinst die Deadline, also die Deadline meines Lebens spielt eine große Rolle. Ich bin ja ein Mensch, der sich für Lebenserwartung interessiert und da auch ein Projekt gemacht hat, was ich demnächst mal vorstellen werde. Also meine Lebenszeituhr, die statistisch die Sekunden meines Lebens abzählt, also die, die ich noch zu leben habe. Meinst du diese Deadline oder meinst du die ganzen Deadlines? Ich kenne diese Uhr, also die Uhr, die rückwärts zählt, wie viel Zeit du hast. Und ich habe so gedacht bei mir, das ist eigentlich ein guter, ich habe mich gefragt, würde ich mir diese Uhr so hinstellen? Und ich habe gedacht, wenn es einen Ort gibt, wo ich die hinstellen würde, dann wäre das hinter mir. Also dass die Zeit, diese Zeit mir so auch ein bisschen im Nacken sitzt. Also dass man die gar nicht so permanent sieht. Und ich habe aber gedacht bei dir auch, dass so dieses, die Endlichkeit und man muss sich ein bisschen Mühe geben, damit man es auch schafft, eine große Rolle spielt. Du hast deine Schwester verloren, du hast deinen, wir haben über den Bruder gesprochen, kurz. Die Deadline ist eigentlich das, worum es immer geht in Agenturen. Alle reden immer von der Deadline. Und dann ist sozusagen, finde ich zumindest dein, in meinen Augen künstlerisch wirklich krassestes Ding, was du bis jetzt gemacht hast. Also ich finde eigentlich, auch von deinem Werk ist die Uhr für mich so, da ist, das ist, da denke ich, holler die Weitweh, das ist ein, da kriege ich eine kleine Gänsehaut, weil ich das, als ich das erste Mal gehört habe von Fynn Kliemann, mir das erzählt, dachte ich, wow. Also da war es wieder das Wow gerade. Und deswegen dachte ich, so Deadline irgendwas. Also die Uhr ist schon ein interessantes Projekt, weil was ich eben festgestellt habe, die lässt keinen Kalt. Es gibt viele Leute, die eher erschrecken, die es eher ablehnen, inklusive meiner Frau. Meine Frau sagt auch, Mensch, können wir das nicht abdecken? Ich will nicht sehen, wie du zerfließt oder wie du quasi langsam schwindest. Und das sagt ja, also die Uhr, die Uhr macht vergehende Zeit sichtbar. Das ist das Prinzip der Uhr. Und ich nenne sie a constant reminder to make the most of your life. Also das heißt, eine ständige Erinnerung, eben Zeit nicht zu verschwenden, Zeit nicht mit Nonsens, mit langweiligen Tätigkeiten, mit toxischen Beziehungen und so weiter zu verplempern, sondern Zeit gut zu nutzen. Also so gesehen, sehr philosophisches Projekt, aber schon auch kontrovers. Und die stelle ich demnächst vor. Also demnächst ist die Präsentation der Uhr. Und da habe ich, weil das so kontrovers ist, habe ich zwei Redner. Also ich erzähle was zu der Uhr und da kommen zwei Redner. Jemand, der die Uhr super klasse findet, also der spontan begeistert war und jemand, der sich fürchterlich findet und der dagegen redet. Der sagt, die würde ich mir nie, irgendwo hinstellen, weil das macht einen ja wahnsinnig. Und da freue ich mich drauf. Ich habe das jetzt lange geplant. Wann wird das soweit sein? 13. Oktober. 13. Oktober, das schreibe ich mir direkt mal auf. Genau. Ich bin gespannt. Aber diese Deadline, das ist ja die ursprüngliche Frage, welche Rolle die in deinem Leben spielt. Also brauchst du die, also du hast viel geleistet und der Tod ist permanent, sagt man, da gibt es ja auch einen Satz. Ist das etwas, also brauchst du das Wissen um die Endlichkeit? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die vom ewigen Leben träumen und auch nicht vom ewig langen Leben. Also ich finde, diese Bestrebungen, die es gibt, eben alle Krankheiten, alle Alterskrankheiten auszuschalten, um Menschen 113 werden zu lassen, für mich ist das Nonsens, weil ich finde, ein Leben ohne Ende ist so unspannend wie ein Fußballspiel ohne Ende. Stell dir vor, ein Fußballspiel geht einfach weiter und es endet einfach nicht. Das wäre für mich das Schlimmste. Genau, oder ein Arbeitstag ohne Ende ist noch schlimmer. Also irgendwann möchte der Mensch Feierabend haben oder hat der Mensch auch Feierabend verdient. Und wenn du dein Leben halbwegs auch als Aufgabe betrachtest, dann ist es doch schön, wenn diese Aufgabe irgendwann geleistet ist und wenn man quasi in Ehren abtritt. Und auch da ist, vielleicht ein schönes Schlusswort, auch da ist meine Mutter ein Vorbild für mich, weil sie hatte irgendwann Leukämie und Leukämie relativ früh leider. Und Leukämie ist ja etwas, man kann dem irgendwie Herr werden oder man kann es irgendwie probieren. mit einer Rückenmarktransplantation und alles Mögliche oder man kann das Leben verlängern. Aber ihre Auffassung war, sie sagte, wenn der Herrgott mich ruft, dann gehe ich. Ich möchte keine Experimente mit mir. Und sie ist ganz tapfer und gut gelaunt gestorben, kann man sagen. Also sie hat immer dafür gesorgt, dass da keine Trauer um sie herum entstand, aber sie hat das heroisch ertragen, dass ihre Tage gezählt waren. Und das finde ich, also das ist für mich Vorbild. Also meine Mutter ist für mich sowieso Vorbild. Darf ich noch fünf Minuten deiner Zeit verwenden? Ja, natürlich. Also ich habe das Campino mal gefragt, und da ging es auch um Glauben. Und ich frage ihn, und das möchte ich dich auch fragen darauf, für was bist du auf die Welt gekommen? Was würdest du sagen? Weil du hast gerade von der Aufgabe gesprochen. Das überfordert mich. Also ich kann da jetzt nur mit einem Satz antworten, der bei mir in der Sauna habe ich, weil ich dachte, Mensch, in der Sauna, da liegt man flach und man guckt an die Decke und da ist ja nichts. Da ist ja keine Kommunikation und nichts und so. Und ich bin ja jemand, der bei jeder leeren Hauswand denkt, Mensch, da müsste man doch was draufschreiben. Also man braucht doch Kommunikation. Und bei uns in der Sauna an der Decke steht der Satz, weißt du, was das Beste ist? Immer der sein, der man ist. Kein Theater vor den anderen, geradewegs durchs Leben wandern, ohne Furcht und falschen Schein, stets ein guter Mensch zu sein. Das ist ein Satz, der war bei meiner Tante als Kind, war der irgendwie in der Berghütte irgendwo so eingefräst oder wie auch immer. Und den habe ich schon damals, war das ein Satz, mit dem ich leben konnte, der für mich so ein bisschen Lebensmotto war und der ist es halt jetzt noch. Von wem ist dieser Satz? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich habe mal gegoogelt, habe nichts gefunden, möglicherweise sogar von meiner Tante, ich weiß es nicht. Und spielt es für dich eine Rolle, dass du was hinterlässt? Also, dass du, wenn wir von dieser Deadline sprechen, ist das? Schon ganz gerne, muss ich sagen, das merke ich, dass ich mich zum Beispiel, also mir ist, der Grabstein ist mir nicht wurscht. Also ich sage nicht, was da drauf steht, ist mir völlig wurscht, weil ich erlebe es ja eh nicht mehr. Sondern, nee, dann möchte ich schon, dass der Umbruch gut ist und dass es gestalterisch ordentlich ist und so. Also daran erkenne ich, dass mir das nicht völlig Wumpe ist, wie ich da, was nach mir ist und auch die Branche, wie gesagt, die wurde immer kurzlebiger, also das heißt, das kreative Produkt wurde immer kurzlebiger und mit einem Grund, warum ich mich jetzt für künstlerische Projekte interessiere, ist natürlich auch, dass künstlerische Projekte, wenn mir was Gutes gelingt, wenn mir was Starkes gelingt, dann ist das natürlich dann auch ewiglich oder zumindest, dann bleibt das erstmal. Und daran leite ich ab, dass mir das nicht egal ist. Ich habe für das wirkliche Ende jetzt noch drei schnelle Fragen. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Also ich lerne, ich habe eine steile Lernkurve, was Kunstprojekte angeht, weil ich merke, dass ich da üble Anfängerfehler gemacht habe und immer noch mache. Einfach aus der falschen Welt kommend. Also die Kunst hat dann schon, so einfach ist das nicht, jetzt zu sagen, okay, ich war fast 50 Jahre lang ein Kreativer in der Werbung und jetzt bin ich Kreativer in der Kunst und das da einfach mal schnell umsteigen, nee, da macht man erstmal schöne Fehler. Und ansonsten lerne ich viel, also eigentlich täglich, also manchmal auch ärgerlicherweise Dinge, die ich längst hätte lernen müssen, also wo ich dann immer, wo ich mir dann wieder sage, Mensch, jetzt begreifst du doch endlich mal oder kriegst du doch endlich mal geregelt oder so. Aber mir fällt jetzt nichts Konkretes ein. Welches Buch würdest du den Menschen empfehlen, die das jetzt hier gehört haben, welches Buch sollte man gelesen haben im Leben? Am besten viele. Mir fällt jetzt nur ein, bezieht sich auf Seneca, Das Leben ist kurz. Ja. Ist ein sehr interessantes Buch, was eben… Einer von den stoischen Philosophen. Ja, genau, was sich sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie verbringen wir Lebenszeit? Und also eine These in diesem Buch ist, wenn wir wüssten, wenn wir den Todeszeitpunkt kennen würden, würden wir ganz anders umgehen mit unserer Zeit. Ja. Und das ist ja praktisch Thema meines Projekts. Das hat mich auch sehr daran erinnert, das ist sehr, sehr stoisch, finde ich, das Projekt. Ich musste auch daran denken, als du von der Wohnung in Hamburg erzählt hast, weil das ja auch sehr stoisch ist, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, nichts mehr zu haben und auch Seneca, glaube ich, war es. Nee, es war Markus Aurelius, der sich dann auch in Bettlerklamotten sozusagen mal ein paar Tage durchgeschlagen hat, obwohl er ein sehr, sehr, sehr mächtiger Mann gewesen ist. Du spielst auf mein T-Shirt an. Der stoische Philosoph ist so von mir. Und die letzte Frage, ich hoffe, sie macht dir Spaß. Ich habe eine große Plakatwaren am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein würde. Was würdest du draufschreiben? Wie gesagt, das ist für mich echte Arbeit. Also ich bin überhaupt nicht der Kreative, der schnell, spontan etwas produziert hat. Und ich war immer überfordert, wenn es hieß, Mensch, Grußkarte, schreib da mal schnell was drauf. Da habe ich mir meinem Partner gesagt, mach du das, weil dir fällt schnell was ein. Mir fällt schnell gar nichts ein. Für die Hausbeschriftung habe ich Wochen gebraucht. Wochenlang Vorschläge, also aufgeschrieben und verworfen und aufgeschrieben und so und optimiert. Ich kann dran arbeiten und in drei Wochen kriegst du ein Ergebnis. Das tatsächlich wirklich sehr gern, weil es gibt diese Wand. Ach nee. Es gibt diese Wand und die wurde, jetzt gibt es seit knapp einem Monat, sind die meine liebsten 111 Antworten drauf und die Wand funktioniert wunderbar und ich habe gestern mit denjenigen gesprochen, die diese Wand mir ermöglicht haben und die sagten, lass uns doch, wenn jetzt wieder welche gesammelt sind, nochmal eine neue Wand machen sozusagen. Lass einen Teil davon wieder austauschen irgendwann im Oktober und deswegen haben wir jetzt glaube ich einen guten Spoiler oder wir, dass du auf jeden Fall noch Zeit hast, dann kannst du irgendwann mal vorbeigehen, die Wand angucken. Schick mir ein Bild. Ich schick dir ein Bild. Ich weiß, ich brauche ein Gefühl für die Proportion und in welcher Situation sieht man das? Sieht man das beim Vorbeilaufen oder so? Also ich muss es fühlen, dann kann ich mir das vorstellen. Super, da freue ich mich drauf, wenn ich dann irgendwann die, wenn ich irgendwann die Antwort bekomme und die Menschen die Antwort lesen können und damit ist es für mich getan. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen erzählt, also ich habe ein paar Sachen gehört, die ich noch nie gehört habe von dir. Doch, doch, schon, also beides, also es gab ein paar Themen, wo ich mich wiederhole, aber auch ich gerade, gerade am Anfang, so in der ersten halben Stunde, das war alles neues Zeug, denke ich mal. Das ist doch schön. Ich danke für deine Zeit und freue mich, dass du da warst und deine Meinung geändert hast. Dankeschön. Bis bald. Das war Jean-Rémy von Matt. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Züren. Ich hätte nicht gedacht, als ich mich so vorbereitet habe, dass in Jean-Rémy so ein kleiner Stoiker wohnt. Das war auf jeden Fall neu für mich und ein doch sehr interessanter Widerspruch zu seiner Arbeit als Werber. Wo er seinen Wunsch nach Anerkennung kommt, habe ich irgendwie nicht ergründen können. Also zumindest weiß ich es jetzt irgendwie noch nicht. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass seine Werke so laut sind und damit meine ich nicht nur die Werbekampagnen, sondern auch seine Kunst oder aber auch seine Wohnung und sein Haus und er im Gegensatz dazu so ruhig wirkt. Also hier zumindest im Podcast. Auf der einen Seite kann man in sein Schlafzimmer schauen, das kann man sich über einem Netz angucken, aber ich glaube, es gibt nur ganz wenig Menschen, die in sein Herz gucken können. Sehr, sehr spannend in jedem Fall. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Züren. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Herzlichen Dank an Lena Rocholl und Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Wenn ihr Lust habt, Post von mir zu bekommen, dann abonniert gerne meinen High Five Newsletter. Darin teile ich jede Woche Freitag, was ich spannend fand, was ich diese Woche gehört, gelesen, gesehen habe, worüber ich mir Gedanken mache. Das gibt es im High Five Newsletter. Den Link dazu findet ihr auf otmatze.de und da gibt es auch noch allerhand anderen Kram, den ich so mache und den man so anklicken kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich über alles, was in der nächsten Woche passiert, denn nächste Woche gibt es hier die 200. Folge und ich glaube, die wird was Besonderes. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.